Edward Graham, Sir Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes und die Jagd nach dem Verbrecherkönig Seine weltberühmten Abenteuer Folge 19 Gelesen von Peter Bozek Erstes Kapitel Der Mann ohne Kopf Der Inspektor Pemberton von Scotland Yard war in das Zimmer von Sherlock Holmes geeilt, wo dieser gerade im Schaukelstuhl saß, während Dr. Watson die Times las Pemberton schwang einen Brief in der Hand Eine neue Botschaft über Henry Norton Bei dieser Nachricht hatte Watson die Zeitung sinken lassen und Holmes war aufgestanden Dem Verbrecherkönig? Ja, lesen Sie selbst Und der Inspektor reichte den Brief hin Es war dies ein gelbliches, stark beschmutztes, zerknittertes Papier, das vielleicht schon lange in der Tasche getragen worden war Der Inhalt selbst war mit Bleistift und sehr fehlerhaft geschrieben Inspektor Henry Norton bricht heute Nacht bei Ralph Sidney in Poplar ein Weil er durfte Masematt machen will und wird ihn auch kalt machen, wenn notwendig Sidney hat vielleicht Geld im Haus Einer, der Norton fürchtet Auch Watson hatte in das Schreiben geblickt und fragte Wer kann aber von den Plänen Henry Nortons wissen? Dieser Verbrecherkönig hatte doch bisher stets allein gearbeitet Das ist richtig Die sensationellsten Einbrüche, selbst die bei Fulton und Mulberry, hat er ohne einen Mitwisser ausgeführt Antwortete Holmes Das ist auch seine bisherige Unbesiegbarkeit gewesen, weil niemand weiß, wie er aussieht, ob er alt oder jung, groß oder klein ist Watson meinte darauf Bei dem Einbruch bei Malmody war ich ihm im Dunkel der Nacht schon so nahe gewesen, dass ich das Leuchten seiner grünlichen Augen gesehen habe Dann aber war er wie in den Erdboden verschwunden Der Inspektor wusste etwas anderes zu erzählen Er ist überall bekannt, doch John Blunt berichtete uns von ihm und nannte ihn den Roten Norton Elias, der vor einer Woche verhaftet wurde, beschrieb ihn als den Schwarzen Henry So scheint dieser König unter den Verbrechern stets seine Gestalt wechseln zu können Holmes wiederholte Das ist eben seine Stärke, dass er immer allein arbeitet Wer aber könnte dann seine Absichten so genau kennen, um uns dies mitteilen zu können, fragte Watson Dass er es selbst verrät, ist doch nicht anzunehmen Warum nicht? War Holmes ruhige Erklärung Oho, protestierte der Inspektor Er wird sich doch nicht selbst dem Henker überliefern wollen Gewiss nicht Aber er rechnet vielleicht damit, dass nun die ganze Aufmerksamkeit Scotland Yards auf Poplar gerichtet sein wird Sodass er vielleicht bei einem geplanten Einbruch in Chelsea beispielsweise gar nichts zu fürchten hätte Aber nach den bisherigen Beobachtungen müsste Henry Norton ein sehr gewandter Mensch sein Dem gewiss solche Fehler in Briefe nicht unterlaufen sein würden Absicht Das kann er doch aus Berechnung getan haben Was schlagen Sie also vor? Fragt Inspektor Pemberton Wir werden sofort diesen Ralph Sidney in Poplar aufsuchen Mit diesem Vorschlag Sherlock Holmes erklärte sich Pemberton einverstanden Ein Automobil brachte dann alle drei nach Poplar, wo Ralph Sidney in Brunswick Road wohnte Im zweiten Stockwerk lasen sie auf einem Porzellanschilder den Namen Ralph Sidney Die Fuhrglocke schrillte Aber aus der Wohnung heraus kam keine Antwort und die Tür wurde nicht geöffnet Eine unheimliche Stille lag im Flur Nochmal ließ Holmes die Glocke läuten, aber wiederum ohne Erfolg Aus der versperrten Wohnung kam kein Lebenszeichen Nur die gegenüber gelegene Wohnungstür wurde geöffnet, aus der eine alte Frau herauskam Da werden Sie ganz vergebens, Leuten Ich habe es auch schon versucht Gestern Nacht war ein Lärm in der Wohnung, dass man kein Auge hat zudrücken können Ich wollte dem Mr. Sidney sagen, dass ich das niemals dulden werde Aber es ist mir ebenso wenig wie Ihnen geöffnet worden So hatte Mr. Sidney gestern Nacht Besuch Ja! Haben Sie diesen gesehen? Nein, nur Gläser sind zerschlagen worden und gesungen wurde Ich habe fast die ganze Nacht nicht schlafen können Und auch heute Morgen war ich sehr früh erwacht Ich habe aber nicht bemerkt, dass jemand die Wohnung verlassen hat Da erklärte Holmes dem Inspektor Pamperton Wir müssen die Tür aufsprengen Ich fürchte, dass wir bereits zu spät gekommen sind Die Korridortür hielt den Versuchen des Detektivs, sie zu öffnen, nicht lange entstand Bald schritten Holmes, Watson und Pamperton durch den Korridor der Sidneyischen Wohnung Als sie dann die Tür zum Wohnzimmer öffneten, da wichen im ersten Augenblick alle drei in erstarren Entsetzen zurück Das grässliche Bild, das sich ihren Augen zeigte, war so grauenvoll, dass selbst Holmes darüber erschrocken war Auf dem Fußboden lag, lang ausgestreckt und völlig entkleidet die Leiche eines hageren, senigen Mannes Aber der Kopf war vollständig vom Halse getrennt und dieser Körperteil war nirgends zu sehen Zu spät Das waren die ersten Worte Holmes Dann fügte er sofort hinzu Aber nicht durch unsere Schuld Hier liegt ein Verbrechen vor Durch das ein ganz bestimmter Zweck verfolgt werden soll Der Kopf des Toten kann nur in einer bestimmten Absicht mitgenommen worden sein Wer aber ist der Tote? Forschte Pamperton Dafür kann es zunächst nur zwei Möglichkeiten geben Entweder ist der Tote Ralph Sidney, den wir suchten Oder ein Fremder ist der Tote, der als Ralph Sidney gelten soll Während dieser in Wirklichkeit der Mörder ist Diese Annahme erscheint mir am wahrscheinlichsten Denn nur aus diesem Grunde kann der Kopf fortgeschafft worden sein Ebenso die Kleidung Also alles, was über die Person des ermordeten Aufschluss geben könnte Während Holmes diese Erklärung abgab, hatte Dr. Watson eine flüchtige Durchsuchung vorgenommen und erklärt Aber es liegt auch noch ein Raub vor Sämtlich Kästen sind durchwühlt und von Wirtssachen entleert Holmes erklärte darauf Das ist zunächst die bedeutsamste Sache Ein unbekannter Mann, über dessen Persönlichkeit nicht der geringste Anhaltspunkt vorliegt Ist ermordet, vollständig entkleidet und mit abgeschnittenem Kopf Er in der Wohnung von Ralph Sidney vorgefunden worden Die Kästen und Schränke sind durchwühlt und anscheinend ausgeraubt Nach dieser Erklärung begann Holmes die Durchsuchung des Zimmers Aber er fand nur etwas scheinbar Bedeutungsloses Das er aber auch durchsorgsam in seiner Tasche aufbewahrte Es war dies ein Hornknopf Der anscheinend mit Gewalt aus seiner Jacke gerissen worden Sodass ein Stück grau-braunen Stoffes hängen geblieben war Pamperton erklärte dann, als Holmes seine Untersuchung beendet hatte Wenn wir nun dem Brief, der uns zugesandt worden ist, Glauben schenken dürfen So ist Henry Norton, der gefürchtete Verbrecherkönig, der Mörder gewesen Der die Tat eben eine Nacht früher ausgeführt hat, ehe wir die Warnung erhielten Sherlock Holmes antwortete nicht sofort Sondern ging mit verbeugtem Kopf in Nachsinnen versunken auf und nieder Dann sagte er halblaut wie zu sich selbst Wenn damit nicht der Verdacht auf eine falsche Spur gelenkt werden sollte Aber die raffinierte Durchführung lässt eine Täterschaft durch Henry Norton möglich erscheinen Die Person, die uns verständigt hat, mag über die Zeit der geplanten Ausführung vielleicht falsch berichtet worden sein Watson führte eine andere Möglichkeit an Es kann der Schreiber dieses Briefes ebenso gut der Mörder gewesen sein, der uns mit dem Briefe in die Irre führen will Pemperton glaubte immer noch an die Täterschaft Henry Nortons Henry Norton, wenn man nur wüsste, wer dieser Henry Norton ist Man weiß so viele seiner Taten, die er begangen hat Aber gar nichts weiß man von seinen Aussehen Warum könnte er es nicht gewesen sein? Watson gab darauf Antwort Weil wir keinen Kopf haben Wenn Henry Norton wirklich der Mörder gewesen wäre Was könnte gerade Ihnen bestimmt haben, den Kopf seines Opfers verschwinden zu lassen? Er ist Ralph Sidney selbst der Mörder eines vorerst noch Unbekannten Nur Holmes hatte noch geschwiegen Er sagte nun Lieber Watson, hier können wir jetzt nichts mehr finden Unser Weg führt uns nach dem nächsten Polizeiamte Sie, Mr. Pemperton, werden unterdessen die Leiche fortschaffen lassen und alles weitere besorgen, was für die Untersuchung notwendig ist Der Inspektor sicherte es zu Holmes aber verließ mit Watson das Haus In dem die seltsame Leiche ohne Kopf aufgefunden worden war Zweites Kapitel Heimliche Liebe Als Holmes und Watson auf der Straße waren, fragte letzterer Was sollen wir nun beginnen? Das ist doch nicht schwer zu erraten Wir müssen darüber Gewissheit erlangen, wo Ralph Sidney ist Und dann? Wer ein Interesse daran haben kann, dass Ralph Sidney tot erscheinen soll Dabei schaute Watson Holmes erstaunt an Erscheinen soll? Sie glauben also nicht daran, dass sie eine tote Ralph Sidney ist? Ich weiß es nicht, wir werden ja sehen Dann antwortete Holmes auf keine Fragen mehr In der Hauptzentrale von Scotland Yard ließen sie dann die Personalakten des Ralph Sidney in Poplar einholen Aus diesen war zu erkennen, dass diese als Rentner angemeldet war Vor vier Wochen aus New York zugereist Seine genauen Personalangaben fanden sich dort verzeichnet Gleichzeitig aber war zu vermuten, dass noch ein Bruder von ihm in London lebte Der sich Mulberry Sidney nannte Kaum hatte Holmes diesen Namen genannt, als Watson sofort fragte Mulberry Sidney? Wo soll er wohnen? Surry Street 24 Holmes hatte diese Antwort im ruhigsten Tone gegeben Aber es war ihm doch erschienen, als wäre Watson dabei zusammengeschreckt Holmes fragte nicht weiter und machte sich genaue Notizen Erst als sie die Zentrale von Scotland Yard verließen, fragte der Doktor Was soll nun geschehen? Wir müssen von Mulberry Sidney alles zu erfahren versuchen, was er uns über seinen Bruder mitteilen kann So werden wir nach Surry Street fahren Allerdings, das ist vorerst meine Absicht Aber, und nach einem kurzen verlegenen Zögern, kam von Watson Lippen verdächtig das Verlangen Aber könnte ich das nicht allein besorgen? Warum sie allein? Sonst erledigen wir doch stets alles gemeinsam Da war Watson doch ein wenig rot geworden Ich, ich dachte, sie hätten vielleicht, vielleicht Wichtigeres zu besorgen Denn dies ist doch nichts von großer Bedeutung Mein Freund, so soll ihr Wunsch erfüllt werden Als ich dieser dann nach einer anderen Richtung entfernt hatte, da schaute Sherlock Holmes hinter ihm lächelnd nach Und murmelte dabei Watson, Watson, Meister Mulberry Sidney scheint im Besitz seiner Tochter zu sein Und Watsons Herz scheint Feuer gefangen zu haben Ich werde etwas zusehen müssen Er selbst aber schlug den Weg nach der großen Versicherungsbank ein Als Watson dann nach Surry Street gekommen war und die Treppe empor eilte, da klopfte sein Herz doch etwas rascher Als es die Treppenstufen erklärlich machten Auf seinen Anläuten näherten sich schlürfende Schritte der Tür Dann wurde in einem Türspalt ein Mädchenkopf mit langen, blonden Locken sichtbar Kaum hatte dieser Watson gesehen, als er einen leisen Schrei ausstieß und erschreckt rief Aber John, nein! Dr. Watson, wie kommen Sie hierher? Alan! Bin ich nun auf einmal wieder Dr. Watson? Warum nicht mehr John? Ja, doch, aber ich hatte doch gebeten, du solltest nie hierher kommen Von unserer Liebe darf niemand etwas wissen Aber Alan, ich musste kommen Denk nur, wenn Papa davon wüsste Er würde gewiss erzürnen Ist dein Papa zu sprechen? Nein! Was wolltest du von ihm? Fragte sie mit immer sich steigendem Erstaunen Er soll mir etwas von seinem Bruder Ralph Sidney erzählen Von seinem Bruder Ralph? Papa hat zu mir nie davon gesprochen, dass er einen Bruder hat Es ist aber doch so Wo ist dein Papa? In Glasgow Ich hatte eben ein Telegramm erhalten Er werde morgen in London eintreffen Willst du mich das Telegramm nicht sehen lassen? Doch, dann musst du in die Wohnung kommen Watson hatte nichts dagegen einzuwenden Aus dem Telegramm ersah er, dass dieses am gleichen Tage zwischen 2 und 3 Uhr in Glasgow aufgegeben worden war Ehe er dann die Wohnung verließ, da hatte er sich von den roten Lippen Allans so viele Küsse geholt, als sie ihm schenkte Dabei flüsterte er Warum, Alan, soll denn unserer Liebe immer noch ein Geheimnis sein? Warum darf ich nicht zu deinem Vater kommen und dich von ihm fordern? Nein, nein! Bei diesem Gedanken war Alan verblasst Du kennst ihn nicht Oh, er ist so gut, so unendlich gut Alles tut er für mich Aber dabei soll mir niemand eine Liebkosung erweisen Ich darf sogar mit niemandem sprechen So eifersüchtig ist er Dass ihm jemand die Liebe seines Kindes nehmen könnte Und dafür überschüttet er mich mit unendlichen Reichtümern und Schmuck Einmal aber wird er doch daran denken müssen, dass du jung bist Und dein Herz nach Liebe verlangt Einmal Oh, ich wäre ja so glücklich Ein langer Kuss folgte, ehe sie sich trennten Als Watson dann in die Baker Street zurückgekehrt war Traf er Holmes bereits an Der schon wieder im Lehnstuhl lag Und träumerisch den blauen Rauchringen seiner Pfeife nachstarrte Watson war zuerst wortkark Denn seine Gedanken waren nur bei Alan Sidney Den er einmal aus seiner Gefahr geholfen hatte Als sie in einer dunklen Gasse von mehreren Betrunkenen angefallen worden war Und die er seitdem liebte Sherlock Holmes hatte erst nach dem Erfolge von Watsons Mission fragen müssen Ehe dieser davon erzählte, dass Marlboro Sidney laut Telegram in Glasgow sei Und erst am folgenden Tage zurückkehren würde Das ist nicht viel War die Kritik des Detektivs Was ist denn dieser Marlboro Sidney? Juwelenhändler Er soll sogar sehr reich sein Wie lebt er? Sehr vornehm Ist das alles? Da war Watson doch etwas verärgert Wissen Sie mehr? Eine Kleinigkeit mehr War die Antwort Holmes Ich habe erfahren, dass Ralph Sidney eine Lebensversicherungspolize Über 20.000 Pfund besitzt Diese Polizei hat sich unter den Papieren im Schreibtische auch vorgefunden Watson fragte verwundert Ist das so wichtig? Marlboro Sidney ist der Bruder und einzige Verwandte jenes Ralph Sidney Und er wird diesen Betrag erben Wenn die Leiche als die von Ralph Sidney anerkannt wird Ja und weiter? Forschte Watson immer noch verwirrt Nicht mehr viel Er ist es, der durch den Mord den größten Gewinn erzielt Da verstand ihn Watson erst Ah, sie, sie wollen damit Damit andeuten, dass er den Mord begangen haben könnte? Nur eine Möglichkeit, Watson Schließlich ist es noch nicht auffallend Wenn jemand in einer Lebensversicherung ist Es war von mir auch nur eine Vermutung Sonst aber hatten sie sich darüber nie so stark aufgeregt Warum diesmal so sehr, Watson? Diese antwortete etwas verlegen Ich habe mich doch nicht aufgeregt Dann war still im Wohnzimmer der beiden Holmes und Watson jagten ihren Gedanken nach Bis Holmes fragte Ist die Tochter von Marlboro Sidney hübsch? Ja Braun oder schwarz? Blond Warum haben sie mir nicht früher von ihr erzählt? Ich, rief Watson Wobei aber eine Röte in seine Wangen aufstieg Was hätte ich ihnen davon berichten sollen? Dass sie verliebt sind Das ist es, John Was sie mir verschwiegen haben Verliebt in Alan Sidney Ja, das bin ich auch Sie sollten sie nur einmal sehen Und mit ihr sprechen Sie würden es gewiss begreifen Möglich, ich werde mich aber lieber zurückziehen Denn schließlich würde mein Freund Watson Noch auf mich eifersüchtig werden Nein, nein, das gewiss nicht Ist diese Antwort nun eine Liebenswürdigkeit Oder eine Grobheit, Watson? Drittes Kapitel Wer war der Tote? Auf der Victoria Station war ein schlank, gewachsener Mann Mit glattrasiertem Schauspielergesicht ausgestiegen Er eilte sehr rasch aus der Bahnhofshalle hinaus Wie einer, der schnell sein Heim erreichen will Er trug eine kleine, ledene Reisetasche Die Zeitungsverkäufer drängten sich vor dem Bahnhofer Auch an ihn heran Und boten ihm die neueste Nummer Mit dem Sensationsruf Die Leiche ohne Kopf Er warf einem einen halben Penny zu Und überflog im Weitergehen Rasch die Sensation der neuen Mordtat In Poplar Dann knüllte er das Zeitungspapier zusammen Und schob es in seine Manteltasche Bald hatte er die Surrey-Straße erreicht Und eilte dort die Treppe empor Als er eben die Tür aufsperren wollte Wurde sie geöffnet Und Alan Sidney eilte ihm entgegen Und rief jubelnd Papa Gut, dass du endlich wieder da bist Diesmal haben dich deine Geschäfte So lange von mir ferne gehalten Es musste aber sein, Alan Die Geschäfte sind nicht immer erfreulich Und manchmal sogar hässlich War darauf die Antwort von Marlborough Sidney Der die Tür hinter sich schloss Und dann mit Alan in das Wohnzimmer ging Warum lässt du dann die Geschäfte nicht? Weil es sein muss Weil mein Kind jeden Wunsch erfüllt sehen soll Weil mein Kind alles haben soll, wonach es begehrt Weil nur Reichtum die Macht ist Und du sollst sie besitzen Du bist ja so gut, mein Väterchen Ist etwas in meiner Abwesenheit vorgefallen? Ja, Papa Es hat ein Herr nach dir gefragt Der etwas von deinem Bruder Ralph Sidney wissen wollte Du hast mir noch nie etwas von ihm erzählt Lass dies nicht deine Sorge sein Brüder sind nicht immer die besten Freunde Dann weiß ich auch nicht, was ich dir von ihm hätte erzählen können Wann wird jener Herr wiederkommen? Gar nicht Aber du sollst sofort nach deiner Heimkehr Zu Mr. Holmes in der Baker Street kommen Zu Mr. Holmes? Die Frage klang etwas hastig Der Name des Detektivs schien auch Malbury Sidney nicht fremd zu sein Ja, so sagte er Ist gut Nun aber musst du mich allein lassen Ich habe noch etwas zu arbeiten und muss dann zur Baker Street Ach, die hässliche Arbeit Hässlich ist sie, ja Aber dir schafft sie den Schmuck und die Juwelen Kümmere dich also nicht Ich tue es gerne, solange ich dich besitze Mit einem Kuss entfernte sich Alan Sidney von ihrem Vater Dieser aber verließ nach etwa einer Stunde das Haus Und fuhr mit einem Omnibus zu Sherlock Holmes Dieser war allein Der Detektiv ließ seine Augen prüfend über die Gestalt Malbury Sidneys gleiten Dieser nannte seinen Namen und erklärte darauf Sie haben nach mir verlangt? Ja, sie werden bereits wissen, warum Nein, meine Tochter sagt mir, um über meinen Bruder Ralph Angaben zu machen So ist es, nickte Holmes Ich weiß nicht viel Wir hatten uns nie so sehr umeinander bekümmert Ich weiß nicht einmal, wo er zur Zeit ist Er war in London Hier ist ihm jedoch ein Unglück zugestoßen Es ist nun vorerst nicht möglich, mit Bestimmtheit festzustellen, ob es ihr Bruder ist Das sollen nun sie tun Da schob Malbury Sidney die Brauen hoch, dass die Falten quer über seiner Stirn lagen Aber seine Stimme zitterte nicht Sie klang nur etwas leiser Ich muss aus ihren Worten annehmen, dass er tödlich verunglückt ist Leider Sie werden nur seine Leiche sehen Um genau zu sein Wir vermuten, es könnte seine Leiche sein Durch sie glaubten wir, Gewissheit zu erlangen Da zog Malbury Sidney die Schultern hoch Ich muss ihnen sofort erklären, dass ich meinen Bruder seit mehr als zehn Jahren nicht mehr gesehen habe Ich weiß also nicht, ob ich ihnen einen Dienst erweisen kann Ich erkenne sein Gesicht vielleicht gar nicht Holmes dachte daran, dass dies nicht möglich sein konnte Da ja die Leiche gar keinen Kopf trug Er antwortete deshalb Wissen Sie sonst ein Erkennungszeichen, an dem Ihr Bruder zu erkennen wäre Doch er besitzt auf dem Rücken unter dem rechten Schulterblatt einen Leberfleck von eigenartiger Form Er sieht wie ein sechskantiger Stern aus Dann werden wir gemeinsam zur Leichenschauhalle fahren Auf der Fahrt dorthin bereitete Holmes seinen Begleiter auf den grauenvollen Fund vor Auf das Verbrechen, das vermutlich an seinem Bruder begangen worden war Als sie dann in die große Halle traten, lag mit weißem Linnen bedeckt Ein menschlicher Körper da Es war dies ein grauenvoller Anblick Einen Augenblick hatte Malbury Sidney sein Gesicht mit beiden Händen bedeckt Dann fragte Holmes Können Sie in diesem Rumpfe Ihren Bruder erkennen? Nur wenn er jenes Mal auf dem Rücken trägt Bei einer genauen Durchsuchung war dann unter dem rechten Schulterblatt Scharf abgezeichnet in dunklem Braun Ein Leberfleck von der Gestalt eines sechskantigen Sterns zu sehen Er stimmte genau mit der vorher gegebenen Erklärung von Marlborough Sidney Dieser nickte auch Er ist es! Es kann kein anderer sein, denn es wird kaum ein zweiter dieser seltsamen Zeichen tragen Damit war Holmes vorerst zufrieden Der Tote schien also trotzdem Ralph Sidney gewesen zu sein Obgleich es seltsam genug schien Warum sein Kopf verschwunden und von seinem Mörder mitgenommen worden war Er ließ die Leiche mit dem weißen Linnen wieder bedecken Können Sie uns sonst Angaben über Ihren Bruder machen? Der Gefragte schüttelte den Kopf War er reich? Forste der Holmes weiter Ich muss dies wohl annehmen, denn vor zehn Jahren verdiente er stets sehr viel Er handelte wie ich mit Juwelen und Diamanten So könnte also ein Raubmord vorliegen? Das weiß ich nicht Ich weiß ja auch gar nicht, welchen Verkehr er in London hatte Nachdem ich jenes Mal gesehen habe, kann ich nur das mit Bestimmtheit erklären Dass der Tote mein Bruder gewesen ist Es wurde gar nichts bei ihm vorgefunden Keine Papiere und Zeugnisse Kein Schmuck und kein Geld Holmes schwieg mit Absicht von der Lebensversicherungspolize Dann wird wohl ein Raub geschehen sein Es wäre für die Nachforschung natürlich von größter Wichtigkeit, etwas über die Sachen zu erfahren, die geraubt wurden Können Sie vielleicht Aufschluss geben, was durch den Mörder mitgenommen worden sein könnte? Nein Wissen Sie, ob er Bankgelder hatte? Und welche? Und ob er versichert war? Auch darüber weiß ich nichts Dann ist vorerst Ihre Anwesenheit nicht mehr notwendig Aber Sie sagten, es sei nichts mehr von Wert bei ihm vorgefunden worden Da er doch mein Bruder war und da der Tod alle Unverträglichkeiten ausgleicht So möchte ich wenigstens haben, dass er mit Ehren und feierlich zur letzten Ruhe geführt wird Sie erlauben doch, dass ich dafür das Geld hinterlege Gewiss, das ist ihr Recht Als ich Marlboro Sidney entfernt hatte, da war Sherlock Holmes allein zurückgeblieben Er schüttelte den Kopf und murmelte nachdenklich So scheint der Tote demnach Ralph Sidney gewesen zu sein Aber der Kopf! Warum hat er der Kopf verschwinden müssen? Das ist das ungelöste Rätsel Viertes Kapitel Es war Henry Norton Als Sherlock Holmes zur Baker Street zurückkehrte, musste er immer an Marlboro Sidney denken Der Blick aus seinen graugrünen Augen war ihm so bekannt erschienen, als wäre er diesem Blicke schon einmal begegnet Aber wo? Vergebens grübelte der Detektiv darüber nach Sein glatt rasiertes, scharf geschnittenes Gesicht hatte er noch nirgends gesehen Nur der Blick Aber Sherlock Holmes grübeln war umsonst In den nächsten Tagen setzte der Detektiv seine Nachforschungen fort Dabei brachte er mancherlei in Erfahrung, was das Verbrechen zu Poplar immer eigentümlich erscheinen ließ Von der Versicherungsanstalt Mercuria wurde ihm auf Anfragen mitgeteilt, dass sich jener Ralph Sidney erst vor drei Wochen hatte versichern lassen Und dass er erst seit vier Wochen in London weilte Da durch diese Tatsachen ebenso gut ein Verdacht auf Marlboro Sidney fallen musste, schwieg Holmes Watson gegenüber von diesem Fall, denn er wusste, dass dieser Alan Sidney liebte Er beauftragte deshalb, Inspektor Pamperton genaue Nachrichten einzuziehen Watson dagegen ging seiner Hauptbeschäftigung als Arzt nach Fragte dann Watson nach dem Fall Sidney? So zog Holmes nur die Schultern hoch und erklärte Vorerst sind wir noch nicht weiter Unterdessen war der Leichnam ohne Kopf als Ralph Sidney begraben worden Es war dies mit feierlichem Prunk geschehen Nach Marlboro Sidneys Aussage bestand ja nicht der mindeste Zweifel mehr an der Person des Ermordeten Auch die Versicherungsgesellschaft erkannte es an Es war am Tage nach jener Beerdigung, als sich Inspektor Pamperton bei Sherlock Holmes meldete Dieser fragte sofort Was bringen Sie mir Neues? Nicht viel, war die Antwort Marlboro Sidney ist seit vier Jahren in London und hat seitdem stets die gleiche Wohnung gehabt Er ist sehr viel auf Reisen, oft auch nach Holland hinüber zur Diamantenbörse Dabei ist er oft drei bis vier Wochen fort Er gilt als sehr reich und ist mit einem Vermögen von 100.000 Pfund eingetragen Über welche Summe er regelmäßig seine Steuern bezahlt Er hat eine sehr hübsche Tochter Das weiß ich, nickte Holmes Die ein reizendes, unverdorbenes Gemüt besitzt Ist das alles? Da die Brüder von Amerika kommen, so habe ich drüben telegrafisch Nachricht eingeholt Marlboro Sidney ist bekannt, während Ralph Sidney als verschollen galt Sie haben sonst nicht erfahren, was gegen Marlboro Sidney gedeutet werden könnte? Nein, ich habe seine Tochter gesehen Sie ist ein Engel Da muss ein Verdacht gegen den Vater ungeheuerlich erscheinen Und dennoch hatte ich bei der ersten Begegnung das Empfinden Als wäre ich dem Blick seiner Augen schon einmal, aber während eines feindlichen Zusammentreffens begegnet Aber gegen ihn kann nicht der mindeste Verdacht erhoben werden Er war in den letzten Wochen in Glasgow Er hatte von der Anwesenheit seines Bruders gar nichts gewusst Und war ersichtlich am meisten überrascht, als ich ihm von der Polizei erzählte Die Lebensversicherungsgesellschaft, die gewisser Misstrauischsten ist Hatte keine Bedenken und wies die volle Summe an, wie mir mitgeteilt worden ist Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als den Verdacht vorerst fallen zu lassen Doch nur vorerst Ich denke, wir sollten mehr die Spuren von Henry Norton verfolgen Da nach der an uns gegangenen Warnung allein der Mörder sein soll Dieses Gespräch erlitt eine Unterbrechung, denn Mrs. Hudson ließ einen anderen Besucher eintreten Es war Marlborough Sydney Ein Lächeln lag auf seinen Lippen Verzeihen Sie Mr. Holmes, wenn ich stören sollte Einen kurzen flüchtigen Augenblick war Holmes verwirrt Das Erscheinen gerade des Mannes, von dem gesprochen worden war, hatte ihn verblüfft Dies umso mehr, da er sich ihm gegenüber vorerst machtlos wusste Trotzdem Holmes ein Misstrauen gegen ihn empfand Aber sofort war er wieder Herr über sich selbst Durchaus nicht, womit kann ich Ihnen dienen, Mr. Sydney? Aber mal streifte ihn ein scharfer Blick aus den grau-grünen Augen Wo war er diesem nur begegnet? Wo? Marlborough Sydney erklärte Sie werden es begreiflich finden, dass ich nach dem schrecklichen Tode meines Bruders noch immer in großer Aufregung bin Schließlich war er doch mein Bruder, wenn er mir auch etwas fremd geworden war Ich möchte mich nun erkundigen, ob es noch nicht gelungen ist, etwas über seinen Mörder zu entdecken Leider noch nicht, jedenfalls werden Sie dann davon verständigt werden Ich werde Ihnen dafür dankbar sein Da ich natürlich auch mein Möglichstes tun will, die geheimnisvolle Tat zur Aufklärung zu bringen So möchte ich eine größere Belohnung ausschreiben Ich habe ja durch eine so ganz unerwartete Weise ein halbes Vermögen gewonnen Sodass ich mich umsonst mehr verpflichtet fühle Ich möchte also bei Ihnen den Betrag von 1000 Pfund für die Erdeckung des Mörders hinterlegen Sherlock Holmes war doch etwas überrascht Es ist dies eine große Summe Oh, noch lange nicht genug Wenn es nötig werden sollte, bin ich bereit, noch mehr zu opfern Bei dieser Antwort erschien es Holmes wieder als Streife in einen Blick, als lege ein Doppelsinn in den Worten Aber ehe er noch eine Antwort finden konnte, hatte Marlboro Sydney schon die Brieftasche hervorgeholt und den genannten Betrag in Banknoten auf den Tisch gelegt Holmes quittierte die Summe Dann verabschiedete sich der Besucher Unter der Türschwelle fiel sein Blick abermals nur auf Holmes Diesmal noch schärfer als vorher Dabei stand Sydney mehr im Schatten, sodass sein Blick noch faszinierender war Verzeihen Sie nochmals die kleine Störung, Mr. Holmes Dann schloss er die Tür Als sein Schritt draußen verklungen war, erklärte Inspektor Pemberton Diesmal hatte ihr Misstrauen doch dem Unrechten gegolten Ich glaube, Mr. Marlboro Sydney ist ein Mit lauter Stimme unterbrach ihn der Detektiv Ein Schwindler Aber sie gehen doch etwas zu weit Nein Als er unter der Schwelle stand, wo sein Gesicht mehr im Dunkeln war Sodass es mich nicht irreführen konnte, wo ich nur den Blick sah Da hatte ich ihn erkannt Jetzt weiß ich es Einer muss weichen Er oder ich Jener ist mein größter Feind Der einzige, der mir bisher stets entschlüpft war Dieser Mr. Marlboro Sydney Der tausend Pfund für die Entdeckung des Mörders von Ralph Sydney ausstellt Ist kein anderer als Henry Norton, der Verbrecherkönig Pemberton rief daraufhin, halb erschreckt, halb zweifelnd Das kann doch nicht möglich sein Und trotzdem ist er es Behauptet Holmes, nur umso entschiedener Einmal stand ich ja Henry Norton schon gegenüber Als er so unerklärlich wieder verschwand Aber sein Blick ist mir unvergessen geblieben Nun habe ich ihn wiedererkannt Weshalb verhaften sie ihn denn nicht? Weil ich nicht darf und nicht kann Weil ich es ihm nicht beweisen kann Weil ich es nur fühle Er ist Marlboro Sydney, gegen den nichts vorliegt Aber er soll es bald empfinden, dass die Entscheidung nahe ist Glauben sie, dass dies bewiesen werden kann? Ja, denn diesmal wird es der Entscheidungskampf zwischen Sherlock Holmes, dem Detektiv Und Henry Norton, dem Verbrecherkönig sein Als Holmes später allein war, da musste er aber auch an Watson denken Den er als seinen besten und treuesten Freund auszeichnete Dieser liebte Alan Sydney, die Tochter seines größten Gegners Wie sollte diese Liebe enden? War es denn möglich, dass ein solcher Verbrecher ein Kind besaß Das so zart und rein war wie ein Engel? Armer John Mommelte Holmes Fünftes Kapitel Zwischen Pflicht und Liebe Sherlock Holmes wusste Watson stets abzulenken Und dass er nie etwas über den Fall Ralph Sydney erfuhr Wenn er aber danach fragte, so fand der Detektiv stets eine ausweichende Antwort Watsons Leidenschaft hatte aber schon einen solchen Grad erreicht, dass ihm dies gar nicht auffallend erschien Einmal strich er durch den Hyde Park und war in der Nähe des Goldfischteiches Als ihm Alan Sydney begegnete, die dort mit ihrem Vater spazieren ging Das junge Mädchen nickte ihm grüßend zu Watson riss den Hut vom Kopf und dankte, wobei er aber selbst spürte, dass ein heißes Rot seine Wangen färbte Wer war jener Herr? Fragte Marlboro Sydney seine Tochter Jener, der damals nach dir gefragt hat, als du in Glasgow warst Ein Freund jenes Mr. Holmes Die Braun Sydney schoben sich dicht zusammen, als wären sie miteinander verwachsen Du hast ihn sehr liebenswürdig begrüßt Hätte ich das nicht tun dürfen? Doch, aber dein Benehmen schien mir sehr entgegenkommen zu sein Und dann schwieg Marlboro Sydney Auf seiner Stirn aber blieb eine Falte wie eine drohende Gewitterwolke eingegraben Als sie dann längere Zeit still nebeneinander hergegangen waren, fragte Alan wieder Hast du etwas wider ihn? Nein, aber ich will, dass du keine fremden Herren grüßt Er war aber doch so liebenswürdig gewesen Und dann ist er doch eigentlich gar nicht fremd Er heißt Dr. Watson Dr. John Watson Ich will nichts von ihm hören Ich will nicht, dass du schließlich über ihn, deinen Vater, vergessen wirst Und Alan Sydney musste still sein Aber die Liebe lässt sich nicht so schnell unterdrücken und vertreiben Am darauffolgenden Tage begegneten sich beide wiederum Aber dabei war Alan Sydney allein Da gingen sie und Watson in die stillsten, verschwiegensten Wege des Hyde-Parks Und sie hatten dabei einander so viel zu erzählen, dass die Zeit nur allzu rasch verstrich Und dass die Abenddämmerung sie bereits ereilt hatte, ehe sie es gewahr geworden waren Sie war dann rasch nach Hause geeilt und mit heftig pochender Brust heimgekehrt Marlboro Sydney empfing sie sofort mit der Frage Wo bist du heute so lange gewesen? Jener Dr. Watson ist mir wieder begegnet Ist das ein Grund, so viel später zu kommen? Dr. Watson hat mit mir geplaudert Da runzelte sich die Stirn Marlboro Sydneys So hat er dich angesprochen Ganz schüchtern kam die Antwort Ja Dabei sah sie, dass sich die Feuchte ihres Vaters ballten Und dass sich die Zornesader auf seiner Stirne so rot färbte Wie eine frische, blutrote Wunde Und sie selbst zitterte Aber noch beherrschte er sich Was hat er mit dir gesprochen? Es war nichts Schlimmes gewesen, Papa Ich weiß seine Worte nicht mehr Da brachen die Worte wie ein hereinfallendes Ungewitter über seine Lippen Aber ich will das nicht Ich hatte es von dir verlangt, dass du nie mit einem fremden Herrn sprechen sollst Du hast es doch getan Du hast dich von einem Herrn anreden lassen Ich konnte doch nicht anders Und dann will er doch nichts Schlimmes Er hat es mir selbst gesagt Dass er zu dir kommen will und dich fragen Da hatte er ihren Arm gepackt Sein Gesicht aber war im Zorne so verzerrt, wie sie es nie gesehen hatte So dass sie vor Schrecken schwieg Er aber rief Was will er mich fragen? Ob er zu uns kommen dürfe Zu uns? Ja, er meint es gewiss nur gut und ist nicht so schlimm, wie du glaubst Zu uns kommen? Um dich mir zu nehmen? Schrie Marlboro Sidney mit heiserer, erstickter Stimme Ja, das wäre so nach dem Gefallen dieses Herrn Aber wenn er es wagt, dann werde ich ihn eher erdrücken Das kannst du ihm sagen, wenn er sich nochmals zu dir wagen sollte Aber, aber er war doch so gut, so gut zu mir Das darfst du nicht Sidney raste im Zimmer auf und nieder Er hatte seine Hände geballt So hatte ihn Alan nie gesehen Und scheu, bedrückt, floh sie in einen Winkel des Zimmers So, also gut war er zu dir Weißt du denn, was er will? Weißt du das? Den Frieden zwischen uns beiden will er stören Und dich mir aus meinem Herzen reißen Nein, so ist er nicht Was verstehst du? Ich sage dir, so wie ihr sind die Wölfe im Schafspelzen Nie darf er über meine Schwelle kommen Es müsste denn sein, als mein größter Feind zu einem letzten Kampf Dann war er plötzlich wieder wie umgewandelt Eine ebenso große Zärtlichkeit bebte aus seiner Stimme Als er Alan nun an sich zog Und mit seinen Händen über ihr Haar strich Alan, Kind, weißt du, was er will Dich mir nehmen Mir, dem du das einzige Glück bist Für das ich Himmel und Hölle opferte Nur deinetwillen arbeite ich Für dich schaffe ich alle Schätze Du bist mein Leben Willst du, dass ich ganz allein sein soll? Dass ich dich verlieren muss? Traurig über solche Gedanken schüttelte Alan Sidney den Kopf Gleichzeitig aber flohen ihre Gedanken auch zu John Watson Dem sie eine solche Tat nicht zutrauen konnte Ich wusste es ja, Alan Du wirst deinen Vater nie verlassen Nie Du, das musst du mir versprechen Mag über mich hereinbrechen, was nur will Er küsste sie dabei auf die Stirne Aber Alan musste immer an die Augen des Geliebten denken Die so treuherzig blicken konnten Und die sie nun vergessen sollte Aber Malboro Sidney hatte es geahnt Da schleuderte er sie von sich und schrie heiser So geh hin und ermorde deinen eigenen Vater Damit wirst du mich töten Wenn du von mir gehst, so verliere ich das Leben Das mir ohne dich nichts ist Um dich habe ich bisher gekämpft Kannst du nun zur Mörderin werden? Vater Vater Rief sie mit flehend erhobenen Händen Solange du bei mir bist Darf ich seinen Namen nie Niemals wiederhören oder Oder es trennen sich unsere Wege Du zu deinem Geliebten und ich Da hing sie an seinem Halse Ich werde es nie wieder tun So hatte noch einmal in Alan Sidney Die Pflicht über die Liebe gesiegt Ob es für immer war? Diese Frage schwebte auf Malboro Sidneys Lippen Aber sprach sie nicht aus Er wollte an den Augenblick glauben In Chelsea finden die Verbrecher Londons Stets Schlupfwinkel In die sie sich verkriechen können Und nur selten gelingt es der Polizei Eine von diesen Kaschemen aufzuspüren Und alle dort verkehrenden Gäste unschädlich zu machen Alle diese Verbrecherherbergen Besitzen mehrere oder oft versteckte Ausgänge Sodass die schweren Jungen Und die stets Lampen ausschicken Immer noch Gelegenheit zur Flucht haben Außerdem unterstützt die Verbrecher Das Gewehr der Gasse und Gässchen Nur wenn ein Beamter von Scotland Yard Alle Ausgänge einer solchen Kascheme kennt Dann gelingt stets ein großer Fang Sherlock Holmes aber gehörte zu denen Der fast von allen Schlupfwinkeln Die Ausgänge kannte Einer der gefürchtesten Herbergen war Der blutige Hund In dem niederen düsteren Kellergewölbe Da stets von Rauch und Dunst Wie von dichtem Nebel erfüllt war Saßen immer die unheimlichen Gesellen Die auch vor keiner Mordtat zurückschreckten Und wie ein Fluch dieser großen Stadt waren Die gefürchtesten Verbrecher saßen dort Und tranken die schweren Biere und den Schnaps Besprachen dort unten ihre Massematten Und suchten sich Mithelfer für neue Streifzüge Wie auf einem Markte wurden dort die Dienste fallgeboten Einer wusste den Plan einer Villa in Greenwich Und alle sonstigen Gelegenheiten für den Einbruch Und suchte dazu einen Geldschrankknacker Der auch mit flüssiger Luft Und den sonstigen neuesten Erfindungen Die alle auch in den Dienst des Verbrechens gestellt wurden Zu arbeiten verstand Zum Ausbaldovern in einem Juwelengeschäft Wurde ein elegant gekleideter Hochstabler verlangt Ein Schottenpfeiler sucht einen zweiten In einer Nacht, in der draußen kalte Winde bliesen Hatten sich viele der lichtscheuen Gesellen eingefunden Der Katzenkopf, der schwarze John Hinkepeter, der Schäle Murphy Stiermacken, Plattfuß und noch andere Ein wilder Lärm herrschte Der Spieß im blutigen Hund hatte alle Hände voll zu tun Er war von einer mächtigen Gestalt Und schien nur aus Muskeln zu bestehen Er führte aber eine strenge Herrschaft Der sich niemand widersetzte Wen er einmal hinausgewiesen hatte Der fand dort keine Zuflucht mehr Der Lärm war gerade am tollsten Als er neue Besucher erschien Von dem trüben Licht der Öllampen beschienen Stand unter der Tür der neue Gast Ein brennrotes, dichtes, zerzaustes Haar lag auf dem Schädel Und ein ungepflegter, ebenso roter Bart Bedeckte die Lippen und das Kinn Heute will ich noch dem Henker meinen Besuch machen Wenn dies nicht der roter Norton ist Henry Norton Wahrhaftig, stimmte Stiermacken zu Selten lässt er sich sehen Aber wenn er mal wohin schlägt Dann wächst dort kein Gras mehr Und wenn er ein Maße Matten weiß Dann ist keine Arbeit schon viel Hier, alle sollte vergnügt sein Und der Fremde, der Henry Norton genannt wurde Den als Verbrecherkönig flüsternd alle furchtsamen kannten Warf mit beiden Händen Silberstücke unter alle Anwesenden Alle griffen danach Jeder suchte von dem Silberregen nach Möglichkeit zu erreichen Als alles Geld in die Taschen der Anwesenden verschwunden war Rief der Plattfuß Ich will mein Leben lang nur Wasser trinken Wenn dies nicht nur ein Vorspiel gewesen ist Wenn der rote Norton nicht ein besseres Geschäft vorschlagen will So ist es auch Ließ sich Henry Norton vernehmen Aber dazu sind nur solche zu gebrauchen Die nicht erschrecken Das tut keiner von uns Auch dann nicht, wenn es rot zu sehen gilt Der Schelle Murphy antwortete darauf Was gilt es zu verdienen? 200 Pfund Antwortete Henry Norton Ich mache mit Riefen darauf mehrere Stimmen zugleich Wem gilt es? Henry Norton war zu den Gesellen hingetreten Unserem schlimmsten Feind Das kann nur Sherlock Holmes sein Riefen fast alle gleichzeitig Und sein Helfer Dr. Watson Setzte Henry Norton hinzu Hallo Der Dr. Watson? Ich sage euch Dass jeder 200 Pfund bekommt Der einen von diesen Zweien zur Strecke bringt Da steckten alle die Köpfe zusammen Und flüsterten 200 Pfund Das war für jeden der Anwesenden Aber plötzlich erlitt diese Szene eine kaum erwartende Unterbrechung Ein junger Bursche kam in den Keller gestürmt Polizei im Anzug Widerstand ist aussichtslos Es sind mehr als 20 Mann Da kam Bewegung in alle Sie sprangen auf Und mancher unter ihnen hatte sein Messer aus der Tasche gerissen Der Rote Norton stand hoch aufgerichtet Habt ihr es gehört? Widerstand aussichtslos Wir müssen durch den Toten gang Der Spieß im blutigen Hund hatte hinter dem Buffet eine geheime niedere Tür geöffnet In die nun alle hinaus drängten Zu den letzten gehörte der Rote Norton Als dann die ersten Polizisten in den Keller eindrangen War in diesem nur noch der Spieß Aber die Kriminalbeamten schienen das Geheimnis des Versteckenganges zu kennen Denn sie eilten sofort hinter das Buffet Und rissen die geheime Tür auf Worauf sie ebenfalls in den dunklen niederen Gang eilten Durch diesen waren die Verbrecher entflohen Und waren dabei in eine schmale, enge Gasse gekommen Die durch kein Licht erhellt war Und in tiefster Dunkelheit lag Nach zwei Seiten dieser Gasse stoben sie auseinander Als letzter war Henry Norton erschienen Er aber war nur zwei Schritte weiter geeilt Dann blieb er lauschend stehen Den Kopf weit vorgebeugt Bald klärten ihn laute, lärmende Stimmen auf Am Ende der Gasse auf beiden Seiten War ein wildes Kämpfen und Ringen Der geheime Weg war entdeckt Und die Seitengasse auf beiden Seiten besetzt Nach keiner Hinwein entfliehen möglich Aus dem Gang aber waren schon die näher kommenden Schritte Der Polizisten aus dem Keller zu hören So war er wie eine Maus in der Falle Gab es noch ein Entkommen? Henry Norton kniff die Lippen aufeinander Er schlich an den Mauern der alten Häuser entlang Dabei entging kein Laut seinem Ohr Der Lärm war bald verstummt Nur eine Deutung gab es dafür Der rote Norton sollte sie bald erhalten Er hatte sich in eine Mauernische geschmiegt Das er fast mit dem Schatten verschmolz Da rief aus der Ferne eine gellende Stimme Hallo Hier ist Sherlock Holmes Bei uns sind alle gefangen Und vorne? Hier ebenfalls Es hat Wunden abgesetzt Ist bei euch der rote Norton Er soll im Keller gewesen sein Ein grimmiges Lächeln huschte über das Gesicht des Mannes In der Mauernische Nein, hier ist er nicht Dann muss er noch in der Gasse sein Ich werde mit einer Laterne durchleuchten Aber Achtung, gebt sofort Signal Wenn das Geringste bemerkt wird Er kann ja nicht mehr entfliehen Er sitzt ja wie eine Maus in der Falle Der rote Norton blickte vor Da sah er, dass brennende Laternen vom Ende der Gasse näher kamen Wie eine Maus in der Falle Seine Zähne knirschten und seine Augen funkelten Henry Norton, der Verbrecherkönig Das wäre eine Beute gewesen Und seine Gedanken suchten Haftend nach einer Möglichkeit zur Flucht Wie eine Maus saß er in der Falle Siebtes Kapitel Überall zu spät Sherlock Holmes war der beste Kenner Aller Verbrecherkneipen Londons Er wusste, dass im blutigen Hund Die schweren Jungen verkehrten Deshalb hatte er den Inspektor Pamperton aufgefordert Dort selbst eine Polizeikontrolle Vorzunehmen, um etwas Über den roten Norton zu erfahren Da Holmes auch den geheimen Gang Kannte, so hatte er Beide Seiten jener Gasse besetzen lassen Als er dann von den ersten Gefangenen gehört hatte Dass auch der gefährliche Verbrecher König im Keller gewesen war Da war er überzeugt, dass dieser Nicht mehr entrinnen könnte Er selbst griff eine Laterne Und zog mit einigen Polizisten In die schmale Gasse hinein In jeden Winkel und in jeder Ecke leuchtete er Aber umsonst Dabei lauschte er gleichzeitig, ob kein Lärm und kein Geräusch verriet, dass auf der entgegengesetzten Seite die Festnahme des gefährlichen Gegners gelang Er sah von dort her ebenfalls das schwankende Licht der Laterne näher kommen Zuletzt trafen die von beiden Seiten ausgezogenen Abteilungen aufeinander Nichts war gefunden worden Durch den geheimen Gang waren auch die Polizisten vom blutigen Hund heraufgekommen Sie aber hatten von Henry Norton nicht die mindeste Spur wahrgenommen Und dennoch war er im Keller gewesen Nochmals überzeugte sich Holmes durch ein kurzes Verhör Und er hörte dabei Dass der rote Norton mit den anderen, von denen keinem einen Schlüpfen gelungen war In den Gang geflohen war Dann aber musste er noch irgendwo in der Gasse versteckt sein Mit Fackeln, die angezündet worden waren War die Gasse nochmals abgeleuchtet worden Umsonst Da presste Holmes die Zähne zusammen So war er doch um Minuten zu spät gekommen Und der rote Norton weint wischt Da er ihn schon in der Falle geglaubt hatte Das war nicht seine Schuld Nun wollte er ihm wenigstens auf einem anderen Wege zuvorkommen Er zweifelte nicht, dass es Marlborough Sydney's Augen waren Die hinter dem rote Norton lauerten Jetzt hatte er die Gelegenheit, sich davon zu überzeugen Ohne erst Inspektor Pamperton zu verständigen, lief er mit zwei Polizisten nach der Surrey Street Holmes spähte, als sie am Ziel der Fahrt angekommen waren, die Straße auf und nieder Sie war still und menschenleer Es war kein Fenster zu sehen, hinter dem noch Licht brannte Mit einem Sperrhaken schloss er das Haustor auf und stieg mit seinen Leuten die Treppe empor Als er vor der Flurtür zur Sydney's Wohnung stand, beugte er sich lauschend zur Tür nieder Aber kein Laut war es der Wohnung herauszuhören Er konnte noch nicht zu Hause sein Und wenn es ihm gelungen war, so musste eine Hausdurchsuchung die Beweise erbringen, dass er eben erst heimgekehrt war Mit einer elektrischen Taschenlaterne leuchtete er den Boden vor der Tür ab Aber nichts ließ darauf schließen, dass vor kurzem jemand heimgekehrt war Da schnellte er an der Flurglocke Aber er musste vor dieser ziemlich lange warten, ehe schlürfende Schritte kamen Dann fragte eine ängstliche weibliche Stimme Wer ist draußen? Die Polizei! Öffnen Sie sofort! Es wurde kein Widerstand versucht Ein Dienstmädchen in nur sehr mangelhafter Bekleidung hatte ihnen geöffnet Wann ist Mr. Sydney nach Hause gekommen? Er ist diesen Abend gar nicht ausgegangen Er hat sich schon um zehn schlafen gelegt Holmes biss sich auf die Lippen Aber dieser Mann konnte die Wohnung auch heimlich wieder verlassen haben Führen Sie mich zu Mr. Sydney's Schlafzimmer Sie tat es, durch das schroffe Ford und Sherlock Holmes doch etwas eingeschüchtert Dort drückte Holmes auf die Türklinke Die Tür war von innen verriegelt Dann klopfte er Gabald ließ sich eine gähnende, ärgerliche Stimme vernehmen Was ist denn das für ein Lärm? Wann wird ja im besten Schlafe aufgerüttelt Wer ist es denn? Polizei! Öffnen Sie sofort! Wie komme ich denn zu einem so ehrenvollen Besuch? Und zu nachtschlafender Zeit Ich werde mich rasch ankleiden Holmes antwortete darauf Es ist nicht nötig, erst Toilette zu machen Öffnen Sie sofort! Die Verantwortung fällt dann auf Sie Holmes lauschte mit verhaltenem Atem Er hörte das Rauschen von Kissen und Decken Dann knackte ein Türriegel Und aus dem Türspalt schaute der Kopf von Marlborough Sydney heraus Ah, Sie sind es, Mr. Holmes Lassen Sie uns sofort eintreten Aber leise, wenn ich bitten darf Meine Tochter Ellen wird noch schlafen Dann ließ er die Kriminalbeamten eintreten Er schaltete das elektrische Licht ein Durch dieses war das Schlafzimmer taghell erleuchtet Marlborough Sydney war im Nachthemd Sein Gesicht machte einen verschlafenen Eindruck Die Kissen des Bettes waren zerwühlt Und als Holmes die Hand darauf legte Fühlte er noch die Wärme des Körpers, der darin gelegen hatte Auf einem Stuhl neben dem Bett lagen die Kleider Sydney's Die er dorthin geworfen hatte Ehe er in das Bett gestiegen war Es war ein eleganter Hausrock Den unmöglich der Roten Norden getragen haben konnte Daraufhin durchsuchte Holmes das Schlafzimmer Draußen waren die Straßen schmutzig Er glaubte also Die nassen und beschmutzten Schuhe des Roten Nordens finden zu müssen Auch nach dem falschen Haar und dem falschen Bart des Verbrecherkönigs An den er glaubte, forschte er Er klopfte sogar die Wände nach einem Versteck ab Eine Weile hatte Marlborough Sydney anscheinend verständnislos zugesehen Dann aber vertrat er Holmes den Weg Und fragte mit halblauter Stimme Was soll das alles bedeuten? Mit welchem Recht tun sie das? Es ist eine Hausdurchsuchung Sie haben kein Recht, dies zu verhindern Fällt mir gar nicht ein Sie können tun, was sie wollen Jedenfalls werde ich mich morgen beschweren Und die Allgemeinheit soll es wissen Wie ein Mann wehrlos solchen Überfällen schutzlos preisgegeben ist Das ist ihr Recht Ich aber werde tun, was ich für meine Pflicht halte Und Holmes, der mehr denn je zuvor davon überzeugt war, dass der Rote Norton und Marlborough Sydney eine Person waren Ließ keinen Schlupfwinkel, keinen Raum in der Wohnung undurchsucht Irgendwo mussten des Roten Norton Kleider, sein falsches Haar und sein Bart sein Aber umsonst Von überall musste er erfolglos umkehren Holmes knifft die Augen zusammen War das eine Niederlage? Nein, noch nicht Der Kampf war noch nicht zu Ende geführt Das aber empfand er jetzt wieder Jener Mann mit den graugrünen Augen war sein größter Gegner Der mit unbestreitbarem Rechte Verbrecherkönig genannt wurde Holmes musste ohne den mindesten Erfolg fortgehen Sind Sie nun zufrieden? Forschte Marlborough Sydney und schaute den Detektiv mit durchbohrenden Blicken an Sherlock Holmes beherrschte sich Ich muss es wohl sagen Darf ich jetzt wissen, was die Veranlassung zu diesem Besuch war? Da begegnete Holmes seinen Blicke Und es war, als kreuzten sich zwei scharfe Klingen in einem Entscheidungskampf Holmes antwortete Warum spielen Sie diese Komödie? Sie wissen es, also fragen Sie nicht Ich sage Ihnen, noch kann ich es Ihnen nicht beweisen Aber hüten Sie sich Auch ein Zweikampf zwischen Henry Norton und Sherlock Holmes wird nur ein Ende bringen Sehr interessant, was Sie sagen Wenn ich Ihre geheimnisvollen Andeutungen verstehen würde So würde ich fragen Welches Ende? Das des Verbrechers Das wünsche ich selbst Dabei spielte ein Lächeln um das badlose Antlitz von Marlborough Sydney Das Holmes verstehen musste Aber er wusste, dass er zu spät eingetroffen war Dass sein gefürchtester Gegner den kurzen Vorsprung, den er vor ihm gehabt hatte, auch zu gebrauchen verstanden hatte Holmes musste resultatlos nach der Baker Street zurückkehren Um die Mittagstunde des nächsten Tages hatte sich dann Inspektor Pamperton bei Holmes eingetroffen Pamperton war sehr erregt Wissen Sie, dass Marlborough Sydney eben eine sehr energische Beschwerde gegen Sie eingereicht hat? Ich erwarte diese Nachricht bereits, war die ruhige Entgegnung von Holmes Sie werden nun wohl einsehen, wie grundlos dieser Überfall gewesen war Im Gegenteil Da startete der Inspektor den Detektiv verständnisvoll an Was? Sie haben doch gar nichts gefunden? Allerdings, ich habe nur den einen Fehler begangen, dass ich den Gegner unterschätzte Der Vorsprung von fünf Minuten musste für den Roten Norden hinreichend sein, sich gegen jede Verfolgung zu decken Wie kann dieser nur aus jener Falle entschlüpft sein? Durch die Luft Aber das ist doch nur ein Scherz Im Gegenteil Er wird an einer Dachrinne emporgeklettert und über Hausdächer entflohen sein Wahrscheinlich fand er noch ein Auto, während uns nur eine Pferdedroschke nach der Surrey Street brachte Sie glauben also immer noch, dass dieser Marlborough Sydney mit dem gefürchteten Henry Norton identisch ist? Ich bin überzeugt davon Aber ich weiß auch, dass ich die Schlinge nur dann zuziehen darf, wenn ein Flüchten gar unmöglich ist Das wollen Sie erreichen? Auf diese Frage gab Sherlock Holmes keine Antwort mehr Achtes Kapitel Die graugrünen Augen Dr. Watson hat in den Zeitungen davon gelesen, dass Sherlock Holmes in der Nacht in die Wohnung Marlborough Sydneys eingedrungen war Die Presse, die zwar die bisherigen Erfolge Sherlock Holmes anerkannte, sprach sich in sehr energischen Worten gegen einen solchen Eingriff in das Privatleben bisher vollständig unbescholtener Bürger aus Die Times schrieben sogar Es scheint fast als grenzte das Vorgehen Sherlock Holmes an Größenwahn, der sich als unfehlbar wähnt Denn nur damit lässt sich ein so unverantwortliches Vorgehen einigermaßen entschuldigen Als Watson alle diese Nachrichten gelesen hatte, erschien ihm auch manches erklärlich Jetzt begriff er, warum ihn Holmes stets mit anderen Aufgaben beschäftigt hatte Warum dieser nie etwas von dem Fall Norton und Sydney erzählt hatte Irren ist menschlich Das hatte eben auch Holmes erfahren müssen So war wenigstens Watsons Urteil Denn das hielt er für vollständig unmöglich, dass wirklich hinter dem Vater seiner Geliebten ein Verbrecher verborgen sein konnte An diesem Morgen erhielt Dr. Watson folgenden Brief Lieber John, Papa ist eben in Geschäften auf drei Tagen verreist Wir dürfen uns wieder treffen Um vier Uhr am Goldfischteich im Hyde Park Ich habe dir so viel zu erzählen Ellen Nichts hätte ihn glücklicher machen können als dieser Brief Während er zuerst geglaubt hatte, Holmes gegenüber den Entzirnten zu spielen, weil er ihm so viel verschwiegen hatte So war dies nun alles wieder vergessen, als er auf den Detektiv traf Watson fragte Haben Sie gelesen, wie heftig Sie von den Zeitungen angegriffen werden? Allerdings Aber dies könnte umso mehr ein Beweis sein, dass ich ihm recht bin Undenkbar! Marlboro, Sydney! Sie dürfen nicht daran glauben Watson, Sie sind nicht ohne Vorurteil Denn er ist der Vater Allens Deshalb hätten Sie mir auch nichts verschweigen dürfen Schließlich liebe ich nur Ellen, aber nicht den Vater Haben Sie denn auch nur den mindesten Anhaltspunkt zur Anklage gegen ihn? Ich habe alle Verbrecher verhört und alle Nachrichten über die geheimnisvolle Person von Henry Norton gesammelt Die einen schreiben ihm rotes Haar zu, andere schwarzes und dann wieder braunes Der einen wissen von einem schwarzen Vollbarte, andere von einem roten und blonden Na, so gehen die Aussagen auseinander Damit aber ist nur das eine bewiesen Stets trägt er falsche Haare und Bart Nur in einem Punkt stimmen alle Aussagen überein Stets wurde von dem Blicke der graugrünen Augen Henry Nortons gesprochen Augen wie... Holmes sprach den Namen nicht aus Aber Watson wusste es Augen wie Marlboro, Sydney Solche Augen mögen aber noch hundert andere haben Das ist kein Beweis Holmes lächelte, als Watson plötzlich in dieser Weise den Lehrer spielte und im Vorhalte machte Aber er nahm es hin Denn er wusste, dass trotzdem einmal die Abrechnung kommen musste, wie er es wollte Haben Sie sonst etwas Neues erfahren? Fragte Watson weiter Nur eine Kleinigkeit Es wird ein Mr. Arthur Smith als verschollen gesucht Ich vermute nun, dass es jenes Arthur Smiths Leiche war, die wir kopflos in Poplar gefunden haben Was? Das ist ja fast noch unglaublicher als ihr Verdacht über Henry Norton Marlboro, Sydney hatte doch mit zweifelloser Gewissheit erklärt Sein Bruder trage jenen seltsam geformten Leberfleck unter dem rechten Schulterblatt Das aber traf zu Gewiss, aber in dem Bericht über den abgängigen Arthur Smith, der verschollen ist, seit der Mord in Poplar geschah, heißt es Der Verschwundene trug Grauen Stoffanzug Der Körper weist unter dem rechten Schulterblatt einen Leberfleck von der Form eines sechszackigen Sterns auf Da schwieg Watson einen Augenblick Dann schüttelte er den Kopf, als wollte er einen lästigen Verdacht abwehren und entgegnete Das ist ein eigentümlicher Zufall Holmes lächelte Können Sie sich erinnern, dass ich in der Blutlache einen Knopf gefunden hatte, der anscheinend abgesprengt war? Ja, es war noch ein Stück Stoff dran Hier, das ist der Knopf Holmes gab ihn an Watson Und der Stoff daran ist grau, wie es in der Anzeige gemeldet ist Watson wusste nicht, was er darauf entgegnen sollte Darüber besteht jetzt wohl kein Zweifel mehr, dass der kopflose Leib mindestens mit ebenso viel Wahrscheinlichkeit der jenes Arthur Smith sein könnte Um einige Gewissheit zu erlangen, habe ich alle Leute in dem Hause in Poplar verhört, die alle erklärten Ralph Sidney habe, so oft sie ihn gesehen hätten, nie einen grauen Anzug getragen Dann wäre also Ralph Sidney gar nicht tot Mehr noch Wenn jener tote Arthur Smith ist, dann könnte nur Ralph Sidney, der spurlos verschwunden ist, der Mörder gewesen sein Allerdings, gestand Watson zu Mit hochgezogenen Augenbrauen fügte Holmes noch hinzu Und Marlboro Sidney hat durch die Lebensversicherungsgesellschaft einen Gewinn von 20.000 Pfund erhalten Deshalb kann er trotzdem schuldlos sein Gewiss, ich werde es mir abgewöhnen, einen Verdacht zu haben Nur noch Tatsachen sollen sprechen Wer zu früh eine Schlinge zuzieht, kann leicht selbst darin hängen bleiben Was aber wollen sie jetzt tun? Ich habe telegrafisch in New York angefragt, ob über Ralph Sidney etwa bekannt ist, dass er an seinem Körper ein solches Mal trug Und dann? Wenn es nicht so ist, dann ist die weitere Folge sehr klar Dann wird sich über Marlboro Sidney doch noch die Schlinge zuziehen Ich glaube es nicht Es wäre ja für Alan zu entsetzlich In tiefen Gedanken versunken, hatte sich Watson zu dem vereinbarten Rendezvous begeben Er musste immer an die letzten Mitteilungen Sherlock Holmes denken Wenn nun wirklich eine Nachricht eintreffen würde, dass Ralph Sidney jedes Mal gar nicht besessen habe, was dann? Er durfte nicht daran denken Er zitterte dabei in Sorge für Alan Sidney Er wusste doch, wie sehr sie an ihrem Vater hing Und wenn sie nun erfahren sollte, dass ihr Vater ein Verbrecher sei? Aber alle diese Gedanken verflogen wie Spreu im Winde, als er Alan Sidney sah, die bereits auf einer Bank saß und ihn erwartete Eine herzliche Begrüßung war es, denn sie hatten sich schon seit langem nicht mehr gesprochen Sie sprachen von allem, was Liebende fesselt Vom Glück, von ihrer Sehnsucht und von den schönen Träumen einer goldenen Zukunft Dabei schauten Watsons Augen einmal in die Ferne Es war ihm als rutenstechende Blicke auf ihm Und er gewahrte auf einer schräg gegenüberliegenden Bank Einen alten Herrn mit weißen Haaren und ungepflegtem Barte Er saß dort mit nach vorne gebeugter Haltung, wie sie alten Leuten eigentümlich ist Watson hatte diesen alten nie gesehen Was ihn jedoch beunruhigte, das waren die scharfen, grau-grünen Augen Auch Alan war auf den Kreis aufmerksam geworden Sie umklammerte den Arm von Watson und flüsterte ihm mit leiser Stimme zu Sieh dort! Wie Papa! So sieht er mich auch oftmals an Aber das ist ein alter Mann und Papa ist verreist Watson fühlte eine größere Unruhe, als er erkennen lassen wollte Natürlich nicht, sagte er, sich beherrschend Es sind nur seine Augen, weiter nichts Gehen wir, bat sie ihn Ich möchte die Blicke nicht länger sehen Ich weiß selbst nicht warum Als sie dann weitergingen, hinein in die stillen, menschenleeren Parkwege Da fragte sie Watson Fürchtest du dich vor meinem Vater? Du bist zu unruhig geworden Watson schaute sie mit großen Augen an Er las in ihrem Blick die sorglose Ruhe und Kindlichkeit Und dachte dabei daran, welcher Verdacht und welche Gefahr ihren Vater und damit sie selbst bedrohte Wenn Marlboro Sydney wirklich das war, was Holmes befürchtete Was sollte dann mit Alan geschehen? Ein wenig Oh, Papa hat aber gewiss noch niemandem ein Leid zugefügt Was würdest du tun, Alan, wenn du deinen Vater verlassen müsstest? Das kann ich doch nicht Papa könnte ohne mich gar nicht leben Wenn es aber sein müsste Nein, niemals Ich will nicht von ihm fort Er kann ja so gut sein, so gut Wenn er auch manchmal sehr streng ist Er ist jetzt verreist? Fragte nun Watson, dem es weh tat, die Geliebte so sprechen zu hören Heute in aller Frühe Wohin? Nach Dublin Wird er dir von dort auch Karten und Briefe schreiben? Nein, er tut das nie, wenn er verreist ist Und Watson dachte daran, was Marlboro Sydney veranlassen konnte Auf seinen Reisen nie an sein Kind zu schreiben Aber bald plauderten sie wieder von fröhlicheren, vergnügteren Dingen So sorglos wie Verliebte, die die Seligkeit des Augenblicks genießen Und darüber allzu leicht die Sorgen des Alltags vergessen Beide strichen Arm in Arm durch den Park Er hatte sie bis vor das Haus in der Cerys Street begleitet Als er dann von ihr gegangen war und um eine Straßenecke bog Da war er mit einem Fremden zusammengestoßen Der hatte einen langen, blonden Bart und dunkelbraunes Haar Aber etwas hatte ihn doch erschreckt Die Augen des Fremden hatten ihn glühend angestarrt Versehrend, wie Hass erfüllt Und doch war Watson fremd Nur die Blicke der graugrünen Augen Graugrüne Augen waren es Verfolgten ihn diese nun überall hin? Als Watson suchend um sich schaute Da war auch jener Fremde wieder verschwunden Und er ging sinnend weiter seinen Weg Wie würde alles enden? Das war sein Denken und Sinnen Neuntes Kapitel Henry Norton bei der Arbeit Watson war zuerst verwirrt Sah er schon überall die graugrünen Augen Von denen Sherlock Holmes gesprochen hatte? Dann aber könnte ebenso gut der Greis im weißen Haar Oder der andere Henry Norton gewesen sein Oder auch Marlboro Sydney Dieser jedoch war verreist Nein, Holmes musste sich doch geirrt haben Die Liebe ließ Watson eher an einen Irrtum Holmes glauben Als an solche Möglichkeit Aber er suchte sofort wieder seinen Freund auf Um etwas Neues zu erfahren Holmes empfing ihn mit der Erklärung Heute können Sie mir helfen Henry Norton, der Verbrecherkönig, wird gestellt Ist das auch möglich? Ich habe alles vorbereitet Wo aber soll er dann überrascht werden? Er wird in dieser Nacht bei Juwelier Harlington einen Einbruch ausführen Die Räume, die durch Stahltüren und durch Wände versichert In die Stahlnetze eingemauert sind Enthalten wohl die wertvollsten Juwelen und Diamanten Die in London zu finden sind Dort will er sich diese Nacht seine Beute holen Wie können Sie das wissen? Ich habe die Arbeit des Verbrecherkönigs immer verfolgt Beim Auskundschaften verfolgt er immer den gleichen Trick Irgendein Ausländer, natürlich er selbst In irgendeiner Maske und Verkleidung Bringt zu dem Juwelier wertvollen Schmuck Ob er ihn vorerst aufbewahren möchte Da er ihn im Hotel nicht sicher genug halte Er werde auch noch einige neue Juwelen kaufen Damit ist natürlich jeder Juwelier einverstanden Und wird ihm seine Einrichtung Und seine Schutzmaßregeln zeigen Sodass sich der Fremde genau orientieren kann Dies ist bei Harlington heute geschehen Und das ist zugleich die abgegebene Visitenkarte Henry Nortons Wir werden ihn in dieser Nacht erwarten können Aber wie sollte ein Dieb durch diese Wände und Stahltüren hineingelangen? Wir werden es ja sehen Sie glauben aber, dass sich in Henry Norton Marlborough Sydney entpuppen wird? Holmes zog die Schultern hoch Ich denke, dass Sie sich darin irren Das kann ich Ihnen jetzt schon beweisen Marlborough Sydney ist gar nicht in London Er ist verreist Wissen Sie das bestimmt, Watson? Ja, ich komme eben von Alan Sydney Sie selbst hat es mir gesagt Umso besser Warum, was soll das heißen? Ich denke, dass Marlborough Sydney Ein sehr vorsichtiger Mann ist Watson war ärgerlich Dass sich Holmes von seiner gegenteiligen Ansicht nicht bekehren ließ Aber er antwortete doch nichts mehr Denn in dieser Nacht würde es sich dann ja entscheiden Wer Henry Norton war Zur späten Abendstunde entfernte er sich mit Holmes Und traf an einer verabredeten Stelle noch mit Inspektor Pamperton zusammen Sie suchten den Juwelenhändler Harlington auf Der die drei Kriminalbeamten auf ihren Wunsch in seine Verkaufsräume einsperrte Als sie in dem dunklen, finsteren Raum waren, erklärte Holmes Wir wissen nicht, auf welche Weise er den Eindruck ausführen wird Wir wissen auch nicht, wo wir ihn zu erwarten haben Deshalb wird sich jeder von uns an einer anderen Stelle verbergen So, dass es dabei möglich ist, ihn von drei Seiten anzugreifen Erst wenn er Licht macht, dann müssen wir ihn überraschen Alle beide nickten stumm Dann aber folgten aufregende Stunden Regungslos hockte jeder von den dreien Hinter einem Juwelenkasten Zusammengekauert Atemlos auf jedes Geräusch lauernd Kam er oder kam er nicht? Dabei durfte kein Laut fallen Und kein Wort gesprochen werden Da wurden die Gelenke steif Und die Zeit kroch im Schneckengange dahin Vielleicht hatte sich Holmes doch getäuscht Vielleicht kam der Morgen Und sie hockten noch in ihren Winkeln Und hatten nur Spott zu erwarten Nur Marlborough Sydney nicht, dachte Watson Der in der Finsternis die Augen Allens zu sehen vermeinte Da war in der Stille der Nacht ein schürfendes Charme zu hören Nun waren alle Sinne zu gesteigerter Aufmerksamkeit gespannt Im Süden Londons lag das Juwelengeschäft Harlington's Die Seitenstraße, in der es lag, war menschenleer Und nur von Stunde zu Stunde patrouillierte ein Polizist durch Dann kam einer von der Wach- und Schließgesellschaft, um nachzusehen, ob alle Haustüren verschlossen waren Die Straße mündete an einen großen Platz, der mit Baumanlagen gepflanzt war Dort saß auf einer Bank ein Mann mit einem langen schwarzen Vollbart, der das Antlitz verdüsterte und kaum sehen ließ Dieser Mann trug einen leichten Strohhut und einen dunklen Anzug, der ihm aber viel zu weit schien Er war aufgestanden und streckte sich gähnend wie einer, der aus seinem Schlafe erwachte Dann schlenderte er langsam weiter Dabei pfiff ihn der Wind an und die weiten, dünnen Hosen und die weite Jacke flatterten um seine Glieder Langsam zog er durch die Seitenstraße Dann aber wandte er plötzlich sehr rasch den Kopf nach beiden Straßenseiten Nirgends war auch nur der Schatten einer Gestalt zu sehen Und rascher, als er sein Auge hätte verfolgen können, hatte er sich in die Nische eines Torbogens gedrückt Sodass er gleichsam verschwunden war Eine Uhr verkündete von irgendwoher zwei Uhr an Hinter keinem Fenster war mehr Licht zu sehen In der Tornische aber, in der sich die fremde Gestalt versteckt hatte Klärten unmerklich leise einige Stahlhaken Die Tür öffnete sich und durch diese schlich der Fremde hinein Hinter ihm knackte die Tür wieder ins Schloss Leise, aber so gewandt wie es nur einer kann, der sich in der Örtlichkeit genau auskennt Tappte der Fremde, der kein anderer als Henry Norton, der Verbrecherkönig war In der Finsternis weiter Nichts war zu sehen Nur seine Augen funkelten wie zwei grünliche Leuchtkugeln Er huschte eine Treppe empor Seine Lippen zählten murmelt die Stufen 24, 25, dann vier Schritte geradeaus, dann scharf nach rechts drei Schritte Er blieb stehen Seine Hand griff eine Tür Für den Augenblick einer Sekunde blitzte das Licht einer Schlüssellochlaterne auf Aber das war genügend, um Henry Norton zu überzeugen, dass er am Ziele war Die Tür widerstand ihm nicht lange Ein Sicherheitsschloss, das außen angebracht war, ließ vermuten, dass die Besitzer dieser Wohnung verreist und die Räume zur Zeit unbewohnt waren Diese Kenntnis aber war in den Plänen Henry Nortons das Wichtigste Darauf hatte er seinen Plan aufgebaut Das Schloss war mit einem Griff und einer Umdrehung abgesprengt Nur ein kurzes, scharfes Knacken war zu hören gewesen Das aber im Dunkeln und im Schweigen der Nacht vernehmlich wiederhalte Wenn sich nichts regte, öffnete er mit einem Dietrich auch das Schloss Und in der nächsten Minute war er auch schon im Inneren der Wohnung In dieser selbst konnte er ungestört arbeiten Denn er wusste, dass diese unbewohnt war Sein Plan musste genau berechnet sein Er warf kaum einen Blick in den Salon, in dem gar manche Wirtssachen zu finden gewesen wären Er ging auch an dem Wohnzimmer vorbei und betrat eine kleine unscheinbare Dunkelkammer Die nicht einmal ein Fenster aufwies Dort aber kniete Henry Norton auf den Boden nieder, stellte seine Laterne auf und ließ sie hell brennen Bei diesem Schein war nur kahle Wände zu sehen und nichts, das für den Verbrecherkönig eine Beute gewesen wäre Er aber rollte am Boden ein längliches Paket auf Aus dem seltsame, blitzende Gegenstände zum Vorschein kamen, die sämtlich aus dem besten Metall gearbeitet waren Leise legte er alles auf den Boden nieder Dann stand er nochmals auf, ging in den Flur hinaus und holte aus dem dort aufgestellten Garderobenstände einen Schirm Den er mit sich nahm und zu den anderen Instrumenten auf den Boden legte Nun waren alle seine Bewegungen so geräuschlos wie die einer gut geölten Maschine Zuerst hatte er den Zentrumsbohrer auf dem Boden der Dunkelkammer angesetzt Es ist dies ein Bohrapparat, mit dem durch jeden Gegenstand gebohrt werden kann Und zwar mit solcher Schnelligkeit, dass Henry Norton schon nach kaum fünf Minuten ein Loch durch den Fußboden hindurch erhalten hatte Der durch dieses Bohren abfallende Schutt und Staub fiel in den unten befindlichen Laderaum des Juwelengeschäftes Harlington Aber so leise wie das Rascheln eines Bachers Dort unten aber hockten lauschen und lauern Sherlock Holmes, Dr. Watson und Pamperton Das war also der Weg, den Henry Norton benützte Da er durch die Stahltüren zu großem Widerstand und zu viel Schwierigkeiten begegnet wäre, so kam er durch die Decke von oben herab Nunmehr stieß Henry Norton den herbeigeholten Schirm durch die Bohröffnung, worauf er durch eine Stahlschiene den Schirm öffnete So dass sich dieser gerade über der Bohröffnung ausspannte Dadurch erreichte er es, dass die nun sehr rasch um die Bohröffnung herum abgetrennten Stücke hineinfielen Und also viel weniger Lärm machten, als wenn sie unten auf dem Boden aufgefallen wären Die Arbeit ging so rasch vorwärts, dass die Öffnung bald so groß war, die Gestalt Henry Nortons hindurchzulassen Er hörte bei seiner Arbeit auf und lauschte in die Tiefe hinunter Aber nicht der leiseste Laut drang an sein Ohr Er drückte dann den Haken einer Strickleiter in den Boden und ließ sie in die Tiefe sinken, worauf er den Weg durch die Öffnung hinunter versuchte Langsam stieg er Sprosse für Sprosse hinab Immer wieder lauschte er Seine grau-grünen Augen funkelten Aber in der Dunkelheit waren nur die Schatten von Behältern und Ständern zu sehen Er war schon auf der vorletzten Sprosse Das Licht, das von oben herunterfiel, beschien sein Gesicht Zögernd hielt er inne Er hatte ein glitschendes Streifen gehört, als wenn ein Socken auf dem Boden schlürft Regungslos hing er an der Strickleiter War das nicht das leise, kaum hörbare Knacken eines Kniegelenkes? Das Ohr Henry Nortons verstand und deutete jeden Laut Mit einem Sprung kletterte er haftend empor Pack den, er darf nicht empor kommen Ein grelles Licht flammte auf und zwei Gestalten jagten der Strickleiter zu Aber Henry Norton war noch schneller gewesen Er hatte sich durch die Öffnung gezwängt Aber schlangengleich kletterte auch schon Watson empor Doch nicht rasch genug Henry Norton hatte nach dem Messer gegriffen Und die Strickleiter abgeschnitten Sodass Watson in die Tiefe hinabstürzte Dann schaute Henry Norton um sich Dort unten war ihm aufgelauert worden Nur einer konnte ihm diese Falle gestellt haben In die er bald gerannt wäre Sherlock Holmes Zu dieser Wohnung empor konnten sie sogleich nicht kommen Aber wenn er nicht auf dem raschesten Wege die Möglichkeit zu einer Flucht fand Dann war er trotzdem verloren Ein hässliches Lachen verzerrte das Gesicht des Verbrechers Nur einen Weg Er verließ die Kammer, wobei er alles zurückließ Diese Gegenstände konnten ihm bei der Flucht ja nur hinderlich sein Er stürmte in das Wohnzimmer hinein Und riss ein Fenster auf Das nach der Straße hinaus mündete Niemand war zu sehen Die Straße lag still und menschenleer Er dachte daran Dass er schon einmal Einen viel gefährlicheren Weg hatte gehen müssen An einer Dachtraufe empor Was bedeutet da ein Sprung von vier Metern Höhe? Er schwang sich aus dem Fenster und hielt sich mit den Händen an der Brüstung Einen Augenblick schwebte er hängend Dann sprang er hinab Es war ihm gelungen Den Hut hatte er dabei verloren Er ließ ihn liegen Und ohne sich zu besinnen Lief er rechts die Straße hinab Kaum war er 30 Schritte weit gekommen Als er hinter sich bereits die Stimme Sherlock Holmes hörte Dort entflieht er Wir dürfen ihn nicht verlieren Und alle drei Verfolger rannten hinter ihm her Henry Norton hatte einen ziemlichen Vorsprung Aber diese Jagd durch die nächtlichen Straßen Konnte nicht lange dauern Denn sie musste jedem auffallen Wenn er später Nachtschwärmer auftauchte Oder wenn einer der Polizisten sie gewahr wurde Für Henry Norton konnte es kein Entrinnen mehr geben Allen voran war Sherlock Holmes Diesem folgte Dr. Watson Und dann erst Pamperton An der nächsten Straßenkreuzung war ein Schutzmannposten Vorher aber war noch das rote Licht Eines Nachtcafés von zweifelhafter Art zu sehen Auf dieses rannte Henry Norton zu Und er rannte in den dunklen, offenen Hausgang hinein 15 Schritte hinterher war Holmes Seine Verfolger waren nur noch zwei Schritte Von diesem Haustor entfernt Als sie in diesem ein sehr lautes, zorniges Schimpfen hörten Zum Teufel, was ist das für eine Art Ehrliche Leute über den Haufen zu rennen Das ist ein Skandal Entschuldigen Sie sich wenigstens Offenbar schien Henry Norton jemand angerannt zu haben Der eben aus dem Café herausgekommen war Holmes war zuerst im Hausflur Watson dicht hinter ihm Was ist denn los? Und sie sahen und erkannten das bartlose Gesicht von Marlborough Sydney Der nun einen eleganten Frack, weiße Binde und ein Chapeau-Klack trug Er streifte sich eben Staub von den Hosen Dabei erklärte er Da ist man seines Lebens nicht mehr sicher Stürzte soeben ein Mann herein mit langem schwarzen Bart Und dunklen schlotternden Gewändern Ein ganz verdächtiger Geselle Überrannte mich Dass mir Hören und Sehen vergeht Und rannte ohne Entschuldigung In den rückwärtigen Hof hinaus Für einen Augenblick waren alle Verfolger verblüfft Marlborough Sydney hatten sie am wenigsten erwartet Watson wollte schon in den Hof hinaus stürzen Aber Holmes hielt ihn am Arm fest Bleiben Sie hier Henry Norton ist schon in Sicherheit Mr. Sydney, ich möchte nur das wissen Wie Sie den Anzug und den Part hatten verschwinden lassen Und wo Sie den Zylinder erhielten Marlborough Sydney war erstaunt Ah, Mr. Holmes, Sie scheinen ja Auf einer Dienstjagd zu sein Galt es jenem Burschen, der mich niederstieß? Ja Der scheint Ihnen leider entwischt zu sein Allerdings Dafür sind Sie mir in der Hand geblieben Ich Glaube, ich bin ein schlechter Ersatz Auf diesen Lärm waren noch mehrere Gäste Und auch der Besitzer des Cafés herausgeeilt Als dieser Marlborough Sydney sah, fragte er ihn Was ist denn hier los, Mr. Sydney? Irgendein Dieb hat sich in den Hof geflüchtet Ah, sollen wir vielleicht mit Laternen aushelfen? Damit wandte sich der Besitzer an den Detektiv Nicht notwendig, war die Antwort Mr. Sydney hatte wohl eben das Café verlassen? Ja, vorher hatte er uns ein paar Pfund im Poker abgenommen Gut, wir können ja im Hofe suchen Aber Henry Norton war verschwunden So spurlos, als hätte ihn die Erde verschlungen Und Holmes, Watson und Pemberton Mussten wieder nach dem Geschäft der Harlingons zurückkehren Nichts war ihre Beute geworden Als Henry Nortons Instrumente Und dieser selbst? Was war mit ihm geschehen? Zehntes Kapitel Die Liebe ruft Schweigend waren alle drei Nach dem Geschäft der Harlingons zurückgekehrt Inspektor Pemberton Brach zuerst das Schweigen Jetzt genügt natürlich Einer allen zur Bewachung bis zum Morgen Was halten Sie übrigens davon Dass wir wiederum genaht worden sind? Holmes hatte die Stirn gerunzelt Sie selbst waren es Der zuerst eine Bewegung machte Die seinem feinen Ohr nicht entgangen war Aber man wird ja sonst lahm Mich schmerzten alle Glieder Er aber hat das leiseste Knacken Eines Gelenkes verstanden Das gebe ich zu Aber sein Verschwinden Er war doch wie in den Erdboden verkrochen Und dann kann also Henry Norton Mit jenem Marlboro Sidney Doch nicht identisch sein Wie sie es vermutet hatten Wie hätte dieser so rasch Im eleganten Rock und im Zylinder Auftauchen können? Und wo wären seine zuerst getragenen Kleider Hinverschwunden? Holmes warnte sich an Watson Sagen Sie nicht, dass Sidney verreist sei Ja Und dennoch tauchte gerade in dem Augenblick auf Da Norton verschwunden ist Sie glauben immer noch daran? Holmes antwortete nicht Aber seine Miene verriet umso deutlicher, was er dachte Pamperton rief Natürlich, wenn Sie einmal überzeugt sind Dann lassen Sie sich mit tausend Gründen nicht davon abbringen Aber die Aussage des Besitzers und der Gäste? Haben Sie sich die genau angesehen? Ja Waren alle von einer besseren Sorte als Henry Norton? Würden Sie nicht jedem von den gesehenen Gesichtern alles zutrauen? Hm Meinte Pamperton Und Watson gestand Ja, die besten waren es nicht Also Deshalb bleibt immer noch ungelöst Wie er so rasch im eleganten Frack hatte auftauchen können Und wohin die anderen Kleider verschwunden waren Wir hatten nichts gefunden Weshalb verhafteten Sie ihn nicht? Weil er triumphieren würde Solange ich nicht den letzten Beweis in der Kette beschafft habe Morgen Ja Als sie sich dann getrennt hatten Irrten Watsons Gedanken nur zu Alan Sidney Er fühlte, dass sie in seinem Herzen umso teurer war Je mehr die Gefahr wuchs, sie verlieren zu müssen Sie selbst war ja ahnungslos Und keiner ihrer Gedanken Würde sich eine solche Möglichkeit auch nur erträumt haben Was über ihrem Vater schwebte Aber sie konnte doch nicht angeklagt werden Niemand durfte den Stein wieder sie erheben Weil ihr Vater vielleicht ein Verbrecher war Vielleicht Noch war es nicht bewiesen Noch nicht Aber wenn Holmes doch recht behalten würde Watson dachte daran, dass sich der Detektiv noch nie geirrt hatte Aber einmal konnte es doch sein Und wenn? Dürfte er sie dann noch länger in der Obwut dieses Vaters belassen? War es nicht gleichsam ein Wunder, wenn dieses Kind bisher naiv und schuldlos geblieben war Trotzdem sie Stunde um Stunde von dem giftigen Hauche des Verbrechens umgeben war? Er musste sie der Gewalt des Vaters entreißen Aber wie? Würde sie den Vater verlassen? Er wusste, wie sehr ihn die Ahnungslose liebte Immer schwerer wurde der Konflikt, in den er immer rascher getrieben wurde Er hatte deshalb nur wenige Stunden schlafen können Und war bereits wieder erwacht Ehe die Sonne noch den Weg in sein Zimmer gefunden hatte An diesem Tage sollte sicher alles entscheiden Denn Holmes erwartete die Nachricht Die erst die einzelnen Glieder einer Beweiskette schließen sollte Was würde dann mit seiner Liebe werden Die sein Herz und Denken erfüllte? Er war angekleidet und ging immer auf und nieder Rastlos, ruhelos Langsam krochte der Stundenzeiger dahin Da kam ein Eilboot und übergab ihm einen Expressbrief Was konnte dieser enthalten? Welche Botschaft? Watson rieß die Hülle auf und überflog die wenigen Zeilen Nicht viele Worte waren es Aber sie hatten eine umso mächtigere Wirkung Er knüllte den Brief zusammen, warf ihn auf den Boden Und stürzte dann aus dem Hause, ohne erst Holmes aufzusuchen Alan Sidney war erschrocken, als ihr Vater plötzlich am frühesten Morgen zurückgekommen war Sie dachte, erweile fern von London Und nun war er wie ein Schatten unerwartet aufgetaucht Bist du schon wieder heimgekehrt? Marlboro Sidney erwiderte nichts Sondern sah sie mit einem stechenden Blick an, der in ihrem Herzen zu suchen schien Und sie senkte die Lider Erregte sich nicht Sein Blick wich nicht von ihr Weshalb siehst du mich nicht an? Keine Antwort Hast du Grund, dich vor mir zu schämen? Sie konnte nicht antworten Da fragte er noch eindringlicher Was hast du mir zu verschweigen? Ich, ich habe ihn ja so lieb Das aber darf nicht sein Schrie Marlboro Sidney so laut Dass die Stimme in dem hohen Wohnraum wiederhalte Niemals Du hast ihn wiedergesehen? Sie wagte nicht zu antworten Gut, ich weiß es Wir werden sofort die Koffer packen und London verlassen Sofort Papa! Dieser Schrei klang wie der Wehruf einer zu Tode Unglücklichen Aus diesem Ruf sprach ihre große Leidenschaft und hingebende Liebe Mit der sie sich an Watson klammerte Dieser Schrei erflehte Erbarmen und Mitleid Kein Mitleid, kein Erbarmen Heute um 10 Uhr besteigen wir das Schiff Und der unbeugsame Mann, der bisher ein zärtlicher Vater gewesen war Dem sie gerne gehorcht hatte Kehrte ihr jetzt den Rücken und verließ sie Als Ellen nun allein war Da sank sie schluchzend auf den Divan nieder und barg ihr Gesicht in den Kissen Sie wusste nicht, wie lange sie so geweint hatte Aber der graue Morgen schaute bereits zum Fenster herein Mit ängstlichen Blicken sah sie zur Tür hin, durch die ihr Vater sie verlassen hatte Konnte dieser wirklich so mitleidslos sein und sie von dem Forttreiben, den sie mit aller Leidenschaft liebte? Und in ihrem Kinderherzen begann jetzt erst der erbittertste Kampf Die Pflicht dem Vater gegenüber rang mit der Liebe im Herzen Die Liebe zu Watson war größer, leidenschaftlicher Aber die Liebe zum Vater wurzelte dafür tiefer, als dass sie diese so leicht hätte vergessen können Das Herz führte sie zu Watson Aber durfte sie den Vater allein lassen? Wäre dies nicht eine Sünde? Nochmals triumphierte die Kindesliebe und sie eilte nach der Tür zu, hinter der sie den Vater wusste Um diesen auf den Knien anzufliehen Ihre Hand drückte auf die Klinke, aber die Tür war versperrt Papa, öffne! Keine Antwort Da sank sie auf die Knie nieder Ich bitte dich auf den Knien Vor deiner Türe liege ich Öffne mir Ich kann ja nicht von ihm lassen Die Tür blieb verschlossen Aus dem Inneren drang die harte, mitleidlose Stimme Marlboro Sydneys Ich verlange, dass du in zwei Stunden mit mir dieses Haus für immer verlässt Papa! Aber keine Antwort erfolgte mehr Da brach sie schluchzernd auf dem Boden zusammen Nur mühsam und schwerfällig richtete sie sich wieder auf In diesem Augenblick hat die Liebe gesiegt Sie schleppte sich nach ihrem Zimmer und dort haftete der Bleistift in zitternder Hand über ein Briefpapier Liebster, rette mich! In zwei Stunden soll ich fort von London, fort von dir Aber ich kann nicht Ich würde ja vor Sehnsucht sterben Rette mich! Elftes Kapitel Auge in Auge Atemlos war Watson durch die noch stillen Straßen gerannt, bis er das Haus in der Surry Street erreicht hatte Er nahm stets mehrere Stufen zugleich Nur ein Gedanke trieb ihn vorwärts Nur nicht zu spät Er rang nach der Luft, als er an der Flurglocke schellte Wurde er noch ein Lebenszeichen erhalten? Schritte kamen Noch nicht zu spät Marlborough Sidney öffnete ihm selbst Als er die bekannte Gestalt des Doktors erkannt hatte Da glomm in seinen graugrünen Augen ein Feuer auf und die Mundwinkeln zuckten Aber seine Stimme klang noch ruhig Was führt sie zu so ungewöhnlicher Besuchszeit zu mir? Eine sehr dringliche Unterredung war Watsons Antwort Gut, reden Sie Es ist eine Sache von großer Wichtigkeit Ich glaube nicht, dass hier unter der Tür eine Verständigung möglich sein könnte Marlborough Sidney überlegte Dann aber schien er zu einem bestimmten Entschluss gekommen zu sein Wenn Watson in Blicken hätte lesen können, dann würde er nur misstraut haben Folgen Sie mir Er führte Watson dann auf einem solchen Wege in sein Arbeitszimmer Dass sie das Wohnzimmer nicht betreten mussten, in dem Ellen weilte Diese hatte in höchster Angst das Läuten der Glocke gehört Hatte Watsons Stimme erkannt und lauschte nun in atemloser Erwartung Welchen Weg die Schritte der beiden einschlugen Marlborough Sidney und Watson waren im Arbeitszimmer angekommen Da war ihnen Ellen nachgeschlichen und kniete sich vor der Tür zum Arbeitszimmer nieder Sodass sie sehen konnte, was dort vor sich ging Und auch jedes Wort zu verstehen vermochte Eine rätselhafte, geheimnisvolle Angst hatte sie dazu getrieben Für die sie sich keine Erklärung zu geben vermochte Die Stimmen der beiden klangen gedämpft Sodass ihr doch manches wieder unverständlich blieb Nehmen Sie Platz Dabei wies Sidney auf einen Stuhl Ich kann auch stehen Nach ihrem Wunsche Marlborough Sidney schritt im Zimmer auf und nieder Ohne Dr. Watson anzusehen Und erwartete dessen Erklärung Da dieser aber noch schwieg Blieb Sidney dicht vor ihm stehen Und fragte schon ärgerlich Was wünschen Sie also? So sprechen Sie doch Watson musste erst seine erregten Gedanken sammeln Er wusste ja nicht, wie er sein Verlangen in Worte fassen sollte Sie sind doch nicht gekommen, um sich hier auszuschweigen Herrschte in Sidney an Dieser Ton klang so höhnisch, dass Watson zur Besinnung kam Sie werden sich doch noch an die Vorgänge in dieser Nacht erinnern können Gewiss, wollen Sie mir nun mitteilen, wohin ich mich wenden muss Um mich gegen die nichtswürdige Behandlung durch jenen Mr. Holmes zu beschweren Oder sind Sie gekommen, um Abbitte zu leisten? Dieser Spott verletzte Watson am meisten Deshalb drang er nun rücksichtslos auf seinen Gegner ein Im Gegenteil, ich müsste ihr das Bedauern aussprechen Sie nicht festgehalten zu haben Mein Herr, brauste Sidney auf Sie vergessen, dass Sie in meinem Hause sind Indem Sie mich beleidigen Das Gesicht Watsons war dunkelrot Er war entschlossen, ein tollkühnes Spiel zu wagen Er wollte Marlboro Sidney vernichten, um ihm die Tochter dadurch abzuzwingen Watson kreuzte die Arme über der Brust Es ist diesen Morgen die Nachricht eingetroffen, dass ihr Bruder Ralph Sidney den von Ihnen bezeichneten Leberflecken gar nicht besessen hat, sodass er auch nicht jene Leiche ohne Kopf gewesen sein kann Was soll das heißen? Dass sie eine falsche Angabe gemacht hatten Dass jenen sechszackigen Stern unter dem rechten Schulterblatt dagegen Ein Mr. Arthur Smith besitzt Der seit jener Nacht in Poplar verschollen ist Totenstille trat nach diesen Worten ein Watson wusste genau, wie viel er dabei auf das Spiel setzte Der Einsatz war der Besitz Allens Wenn Holmes mit seinen Mutmaßungen recht hatte Dann würde er gewinnen müssen Marlboro Sidney umklammerte mit den Fäusten die Lehne eines Stuhls Und starrte Watson mit funkelnden Augen an Dann zischte er Was wollen Sie damit erklären? Dass in Poplar jener Mr. Arthur Smith ermordet wurde, aber nicht ihr Bruder Ralph Sidney Dass also die Lebensversicherungssumme zu Unrecht ausbezahlt wurde Noch beherrschte sich Marlboro Sidney Dann werde ich den Betrag zurückzahlen Aber Scotland Yard wird damit nicht zufrieden sein Sondern wird Rechenschaft darüber verlangen Wie sie dazu kommen konnten Den Körper als den ihres Bruders zu identifizieren Wie konnten sie Ehe sie den Körper des Ermordeten gesehen hatten Ein solches Erkennungszeichen angeben Das zwar der Ermordete an sich trug Aber niemals ihr Bruder Ralph Der Atem Marlboro Sidney keuchte Seine Augen starrten auf Watson Die Pupillen war rot umrendert Sprechen Sie weiter? Noch höre ich sie ruhig an Ellen aber hockte noch immer vor der Tür und sah, dass Wut verzerrte, entstellte Antlitz ihres Vaters Sie hatte nur wenige Worte verstanden, aber doch so viel, dass Watson sein Ankläger war Und ihr Herz zitterte um John Watson Scotland Yard wird den Mörder von Arthur Smith suchen Marlboro Sidney machte keine Bewegung Er stand so regungslos wie ein Tiger vor dem Sprunge auf sein Opfer Watson stand wie berauscht durch den Erfolg, den er erreicht zu haben, vermeinte Er begann wieder Das bekümmert mich nicht Ich frage nach diesen Dingen nicht Ich weiß auch, dass sie London verlassen wollen und auch müssen Ich weiß die Gründe Aber ich werde sie daran nicht hindern Sogar zu ihrem Mitschuldigen will ich mich machen und ihnen die Flucht ermöglichen Um einen Preis Lassen Sie mir Ellen, die ich liebe Sie weiß und ahnt noch nichts von ihren grässlichen Taten und von ihren Geheimnissen Sie soll es nie erfahren und auch ich will es vergessen Aber lassen Sie mir Ellen Nein, keuchte Sidney mit heißerer Stimme Niemals wird das geschehen Ich liebe Sie Fahren Sie zur Hölle Dann werden Sie aber nicht entkommen Ich? Sie gestatten, dass ich dazu lache Glauben Sie denn, ich fürchte mich vor Ihnen? Ich habe bisher der Welt getrotzt Habe ich gezittert, als ich im blutigen Hund wie in einer Mausenfalle gestellt war? Habe ich gezittert, als ihr mich in dieser Nacht erjagen wolltet? Nein Und jetzt soll ich mich fürchten? Nein, ich lache Ja, ich selbst bin Henry Norton, den Sie den Verbrecherkönig nennen So verhaften Sie mich doch Watson wich bei diesen Geständnissen vor Grauen zurück Da er nun die Wahrheit selbst von den Lippen dieses Mannes vernahm Da fühlte er ein Entsetzen vor ihm Ellen sah, wie der Schrecken das Gesicht des geliebten Toten bleich erscheinen ließ Was sollte das alles bedeuten? Wie hilflos schaute sie zu, was nun geschah? Nein Marlboro Sidney rückte immer näher zu Watson heran Alles sollen Sie wissen So sehr fürchte ich Sie Sie im Milchgesicht Nein Wer Henry Norton gewachsen ist, muss andere Nerven haben Versuchen Sie es doch, mich festzuhalten Beim blutigen Hund bin ich an einer Dachtraufe emporgeklettert Über Hausdächer hinweg, nach der entgegengesetzten Straße und dort wieder hinuntergeklettert Ein Automobil hatte mich zur Surrey Street gebracht Auch Arthur Smith habe ich selbst ermordet Ich selbst hatte mich als Ralph Sidney versichern lassen Das war geschehen, um die Versicherungssumme zu erbeuten Ich habe Sie in meinem Besitz Hier haben Sie das Geständnis, das mich den Kopf kostet So sehr fürchte ich mich vor Ihnen Ich werde aus diesem Hause gehen und Sie werden mich nicht halten Haben Sie geahnt, dass ich zwei Anzüge trug? Ihr alle seid so dumm Deshalb war aus Henry Norton so rasch Marlboro Sidney geworden Weil ich mit einem Knotenzug das leichte, dünne Übergewand abwerfen konnte Und dann im Frack stand Begreifen Sie es? Watson war so weit zurückgewichen, dass er dicht an der Wand stand Und ihm gegenüber war Marlboro Sidney Auge in Auge gegenüber Was mit dem Übergewande Henry Nortons geschah? Es war mit Nitroglyzerin getränkt Ein Streichholz war genügend, um es geräuschlos in Flammen aufgehen zu lassen Im Hofe hätten Sie etwas Asche finden müssen Das war der Rest von Henry Norton Watson war unfähig, etwas zu antworten Es war, als wäre ihm die Kehle zugeschnürt Nur Marlboro Sidney sprach immer leidenschaftlicher So wenig fürchte ich Sie Und Sie wollen mir Angst einjagen? Wie oft habe ich dem Tode schon in die Augen gesehen? Wie oft war ich schon in Gefahren? Bei denen jeder andere gezittert haben würde? Ich nicht Mir ist aber auch das Leben selbst gleichgültig Nur mein Kind gehört mir Nur um dieses Kindeswillen bin ich so stark Nicht umsonst habe ich es so behütet Dass es ahnungslos durchs Leben ging Es glaubt an mich immer noch wie an einen Gott Und dieses Höchste Wertvollste wollen Sie mir Durch eine solche Drohung entreißen? Ich werde es Und wenn ich es Ellen selbst sagen müsste Wer ihr Vater ist Rief nun Watson, der ebenfalls um sein Liebstes kämpfte Was wollen Sie tun? Schrie Sidney Versuchen Sie das nicht Denn es wäre ihr Tod Dabei war Sidney auf Watson losgesprungen Und seine Hand griff nach dem Halse Watsons Diese Bewegung aber sah Ellen In ihrer Furcht sprang sie auf Und schlug mit den Fäusten gegen die versperrte Tür Dabei schrie sie Um Himmels Willen, Vater Schone ihn Watson hatte ihre Stimme erkannt Ellen Sie drückte ihren Körper gegen die Tür Um diese aufzusprengen Ehe Watson noch hatte sehen können Wie es so rasch geschehen konnte Blitzte in der Hand Marlboro Sidneys Der blinke der Lauf eines Revolvers Dabei zischte er Watson an Werden Sie jetzt schweigen? Wenn Sie mir Ellen geben Ich schieße sie nieder wie einen räudigen Hund Ellen, dein Vater ist Ellen hatte die Tür aufgerissen Marlboro Sidney hielt die Waffe gegen Watson Im gleichen Augenblick blitzte der Schuss Und der Widerhall erschüttete das Zimmer Gleichzeitig aber war Ellen auf den Geliebten Den sie bedroht sah Zugeeilt und warf sich mit ihrem Körper vor ihn hin Und die Kugel traf sie in die Brust Watson hielt die Umsinkende in seinen Armen Aus ihrem Herzen aber quoll warmes, rotes Blut Als Marlboro Sidney dies gesehen hatte Taumelte er zurück Er hatte sich selbst vernichtet Watson aber dachte nicht mehr an die Gefahr In der er selbst schwebte Er dachte nur an die Geliebte Langsam legte er sie auf den Boden nieder Ellen schrie er verzweifelt Auf ihrem Antlitz aber lag ein glückliches Lächeln Keine Klage, hauchte sie Ich habe ja für dich sterben können Ich habe dich geliebt Küsse mich Und er küßte die Lippen, die schon erkalteten Auf denen bereits das Leben entfloh Leb wohl, du Guter Ihn traf der letzte Blick ihres brechenden Auges Nach dem Vater sah sie nicht Wusste sie das furchtbare Geheimnis seines Lebens? Er starrte wie im Entsetzen auf sie Als wartete er doch noch auf ein Wort Vergebens Ihr zierlicher Leib reckte sich nochmals In den Armen Watsons Dann war es vorbei Tot! Schrie Watson in wildem Schmerz Marlborough Sidney gelte Du hast sie ermordet Du allein Du hast sie mir rauben wollen Du trägst die Verantwortung Nun sollst du ihr folgen Und er hob abermals den Arm Und richtete die Waffe gegen den Doktor Der über seiner toten Geliebten hingebeugt war Und von dieser Gefahr nichts sah und ahnte Der zweite Schuss fand einen rollenden Wiederhall Zwölftes Kapitel Zur Strecke gebracht Sherlock Holmes ging in seinem Zimmer auf und nieder Und erwartete die Ankunft Watsons Und des Inspektors Pamperton Der Detektiv wartete auf die telegrafische Nachricht Die er aus Amerika erhalten musste Die es ihm dann ermöglichte Die Schlinge über Henry Norton Und Marlborough Sidney Endgültig zuzuziehen Er war in einer leichten Ungeduld Schon so lange jagte Holmes Auf das gefährliche Wild Das sich seinen Schlingen Immer noch hatte entziehen können Weil stets der letzte Beweis gefehlt hatte Wenn Holmes auch überzeugt gewesen war So war dies allein nicht ausreichend Ein Depeschenbote kam Endlich Hastig riss Holmes das Telegramm auf Chicago Hier lebt Ralph Sidney Der Bruder Marlborough Sidneys Er hat seine Identität nachgewiesen Die von mehreren Zeugen bestätigt wird Ralph Sidney trägt kein Mal wie angefragt Der Tote muss ein anderer sein Endlich das war es Ralph Sidney lebt Jetzt ist der Ring geschlossen Nun ist Marlborough Sidney überführt Unterdessen war Inspektor Pamperton Eingetroffen Den Holmes sofort verständigte Daraufhin erklärte auch dieser Dass damit ein nochmaliges Entschlüpfen Des gefürchteten Verbrecherkönigs Ausgeschlossen sei Nur Watson erschien nicht Holmes rief Mrs. Hudson und fragte sie nach des Doktors Verbleiben Oh, Dr. Watson ist vor einer Viertelstunde wie ein wütender Fort gestürmt Er hat nicht gesagt, warum und wohin War deren Bescheid Da mochte Holmes eine Ahnung von dem empfinden, was vorgefallen war Er eilte nach dem Zimmer Watsons und fand dort auch den zerknüllten Brief von Alan Sidney Als seine Augen über die Zeilen hingeflogen waren, da rief er sogleich Wir müssen fort Vielleicht treffen wir zu spät ein Vielleicht ist er gerade das letzte Opfer Henry Nortons des Verbrecherkönigs geworden Inspektor Pemperton war ihm nachgefolgt Holmes winkte das erste Automobil heran Sorry, Street Während der Fahrt sprach Holmes kein Wort Mit zusammengekniffenen Lippen und mit geballten Fäusten saß er im Wagen Ob er Watson noch retten konnte Aber dann rächen Das waren die stetig immer wiederkehrenden Gedanken des Detektivs Eine finstere Entschlossenheit sprach aus seinen Blicken Endlich würde er Henry Norton zur Strecke bringen können Wenn er nicht wieder um Minuten zu spät eintraf Und Henry Norton hatte bewiesen, dass er jede Minute auszunützen verstand Kaum hielt der Wagen, da war Holmes als erster herausgesprungen und eilte in den Hausflur Und von oben klang dumpf der Widerhall eines Schusses Da war Holmes zutiefst erschrocken Watson! Und mit Riesensprüngen stürmte er die Treppe empor Er schellte nicht Er warf sich mit der Schwere seines Körpers gegen die Korridortür, das sie aufflog Dann durch den Flur Holmes sah die eingedrückte Tür in das Arbeitszimmer Er sprang hin Da sah er am Boden Ellen Sidney liegen und über sie hinweg gebeugt Watson Aus einer Wunde Allens strömte Blut Und fahl und bleich mit verzerrtem Antlitz stand Marlborough Sidney Und richtete den Lauf des Revolvers gegen den Doktor Da sprang Holmes auf ihn zu Der Schuss krachte, aber die Kugel pfiff zur Zimmerdecke empor Und riss den Putz auf Der Detektiv hatte den Arm des Verbrechers hochgeschlagen Dass der Schluss unschädlich verhalte Aber da hatte sich Marlborough Sidney auch schon umgewandt Und sah seine Gegner Sein Antlitz verzerrte sich und erschleuderte die Waffe gegen Holmes Der Revolver flog knapp an der Schläfe Holmes vorbei Dann hatten sich die beiden im Ringen umschlungen Holmes fühlte sofort, über welche gewaltigen Ringerkräfte dieser Mann verfügte Der jetzt auch noch mit der Tollkühnheit einer verzweifelten Tat rang Von Watson hatte Holmes keine Hilfe zu erwarten Dieser war durch den Tod der Geliebten wie zerschmettert Pamperton aber war noch nicht erschienen Und die Hände, die wie eiserne Klammern zugreifen konnten Hatten nach dem Halse Holmes gegriffen Holmes, der aber jede Art von Selbstverteidigung beherrschte Gebrauchte nun den wirksamsten Schutz des Jijitsu Des japanischen Ringkampfes Es gelang ihm, die beiden kleinen Finger zu erfassen Die er sofort durch eine rasche Wendung aus dem Gelenk ausrenkte Sodass Marlborough Sidney wie ein wildes Tier aufbrüllte Und den Griff freigab Sein Nachgeben nützte aber Holmes sofort weiter aus Er riss seinen Gegner an sich heran Und drückte dessen beide Arme auf den Rücken Als dann Inspektor Pamperton erschien Da war Marlborough Sidney oder Henry Norton, der Verbrecherkönig, wehrlos gefesselt Er war durch Sherlock Holmes zur Strecke gebracht worden Pamperton sagte dabei zu Holmes So haben sie also ihren gefährlichsten Gegner doch noch besiegt Da kreischte Marlborough Sidney mit gellendem Lachen auf Und seine Stimme schrillte Nein, sie haben mich nicht besiegt Bis sie gekommen wären, wäre ihnen Henry Norton längst wieder durch die Maschen geschlüpft An jenem dort bin ich unterlegen, der mich an der Stelle traf Wo ich am verwundbarsten bin Er hatte mir mein Kind rauben wollen Dumpfbrütende mit einer Stimme, die Grauen erregen konnte, fügte er hinzu So ist es besser Lieber Tod Holmes wollte Watson aufrichten, aber dieser lag in tiefer Bewusstlosigkeit über der Geliebten Fast 14 Tage hindurch hatte Watson im Fieber gelegen Holmes hatte ihn in dieser Zeit in jeder Stunde gepflegt Aber er gesundete wieder Und als er zum ersten Male am armer Sherlock Holmes wieder ausgehen durfte, da sagte er Einmal habe ich geliebt Alan Sidney war es Und diese Liebe war so groß gewesen, dass sie mit Alan gestorben ist Ich werde nie wieder lieben können Und um das zu vergessen, werde ich nur der Aufgabe leben, die sie erfüllt Nur das Verbrechen verhüten und vergelten Das soll der Ersatz sein, damit ich schließlich nicht an gebrochenem Herzen untergehen soll Marlboro Sidney aber war hingegen nach einer sensationellen, ganz London in atemlose Erregung haltenden Verhandlung Hauptsächlich aufgrund der Zeugenaussagen Watsons zum Tode verurteilt worden Der Verbrecherkönig ging so trotzig in den Tod, wie sein Leben gewesen war